Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 361. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die allseits bekannte Stimme des Herren Dennis. Ja, Servus, hallo. So, und die anderen Nasen lassen sich entschuldigen. Da haben wir gesagt, okay, wir füllen das heute mit Fachkenntnis und Qualität auf. Deswegen haben wir den Miguel dabei. Der ist ausgesprochener Porto-Kenner, Mitglied des Team Camada. Grüße an den Herrn Weidenfeller. Und leider auch HSV-Fan, aber irgendwas muss ja sein. Hi Miguel. Endlich mal qualitativ. Moinsinn. Genau, und da steckte schon ein bisschen was drin, warum wir dich heute hier mit in die Sendung geholt haben. Als ausgesprochener Porto-Kenner bist du natürlich auch bestens vertraut mit unserem neuen Stürmer. Und das heißt, wir steigen auch direkt mit den Transfers ein. Deine Randnotiz der Vollständigkeit halber. Der Herr Standerer hat seinen Vertrag aufgelöst, hat jetzt einen neuen Vertrag bei Hannover 96 unterschrieben. Marc, wir wünschen alles Gute und auf mehr Spiele als bei uns. Und verletzungsfreie Zeit. Eine Sache dazu noch, kurz bevor wir jetzt wirklich in der Thematik richtig einsteigen. Das ist schon irgendwie seltsam. Also es muss ja an geringsten finanziellen Mitteln gescheitert sein, denn wir haben garantiert keine hohe Ablöse mehr verlangt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also es ist schon sehr, sehr skurril, was da gelaufen ist. Und es war ja wohl, der Berater hat ja dann auch gesagt, ja, wahrscheinlich wird das dieses Jahr nichts mehr. Die finanzielle Situation sieht ein bisschen prekär und schwierig aus. Also finde ich ein bisschen schade, dass wir so ein Spieler dann, ja, ich sag mal, verramscht. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht mit dem Geld der Entlohnung für die Ausbildung und so weiter. Ist halt alles immer ein bisschen schwierig. Tut mir für ihn sehr leid. Auf der anderen Seite finde ich es wirklich auch ein bisschen skurril, weil natürlich auch für den Spieler ermerkt man, der Verein ist nicht mal bereit, ein klein bisschen dem anderen Verein entgegenzukommen. Ich glaube, das ist auch nochmal für den Spieler selbst auch eine blöde Situation. Jetzt hat es ja zum Glück noch geklappt. Viel Erfolg, wie du schon sagst. Hoffen wir mal, dass er ein bisschen mehr Glück hat. Weniger Verletzungspech. Und dann sind wir doch alle guter Dinge, dass wir ihn eventuell demnächst mal wieder bei einem Spiel sehen können. Genau. Wen wir nicht mehr sehen werden, und damit kommen wir jetzt zur großen Neuigkeit. Ne, eigentlich war es ja nicht mehr neu, weil es war ja schon lange bekannt. Wen wir nicht mehr wieder sehen, ist der Herr Ante Rebic. Der ist jetzt für zwei Jahre nach Milan ausgeliehen für kleines Geld. Und quasi im Gegenzug dafür haben wir einen Spieler bekommen, nämlich André Silva, der vorher ja in Porto gespielt hat. Und da kommt jetzt Mikel rein. Und Mikel hat im Vorgespräch etwas ganz Spannendes gesagt, was ich auch nicht wusste. Nämlich, dass wir ja eigentlich, so hast du es gesagt, heute schon den eigentlichen Nachfolger von André Silva bei Porto im Kader haben. Nämlich Gonzalo Paciência. Ich weiß, er wird nicht so ausgesprochen, aber ich mache es trotzdem. Wie ist das zu bewerten? Es ist interessant, weil André Silva ist damals sehr jung nach Mailand gewechselt, vielleicht ein bisschen zu früh. Man hatte dann noch Paciência in der Hinterhand. Der konnte sich bei Porto aber auch nicht durchsetzen, weil man mit Moussa Marega und Abu Bakar zwei Superstürmer hatte, die einfach eine Trefferquote hatten, ihresgleichen. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass Frankfurt ihn unter Vertrag genommen hat, dem Paciência. Das, was ich bisher von ihm so in der Bundesliga und auch in der Euroleague gesehen habe, spricht eigentlich für seine Qualität. Jetzt wird es interessant, dann hat er noch mit Silva noch einen Landsmann bei sich. Mal gucken, wie das funktioniert. Die Erwartungen bei André Silva sind ja durchaus relativ hoch, vielleicht auch so ein bisschen von außen gesteuert. Das kam auch heute in dieser Pressekonferenz wieder, also heute war die offizielle Ankündigungspressekonferenz. Und da war ja auch eine der Fragen, weil ja wohl, so habe ich das verstanden, vielleicht weißt du, ob das so richtig ist, und Cristiano Ronaldo selbst mal irgendwann gesagt haben soll, dass er ein möglicher Kandidat, Nachfolger für quasi ihn in der Nationalmannschaft wäre. Dazu muss man sagen, in der Euroleague hat Cristiano Ronaldo ja sehr lange nicht gespielt für die portugiesische Nationalmannschaft. Und da hat André Silva auch gespielt, hat eine überragende Torquote gehabt, ist jetzt leider im März, war er das letzte Mal berufen für die Nationalmannschaft, da musste er aber absagen, weil er Patella-Sinn-Probleme hatte. Er hat, glaube ich, in 30 Spielen um die 15 Tore für die Nationalmannschaft geschossen und das weckt dann natürlich gleich die Vergleiche zu Cristiano Ronaldo, was schwierig ist, aber er zeichnet sich halt durch seine gute Torquote aus, ist auch am Ball gut, ist manchmal ein bisschen verspielt, zieht aber auch ein paar Fouls, die in günstiger Position dann auch zu weiteren Chancen führen. Aber vom Spielstil ist es schon ein großer Unterschied zu Ronaldo, aber die Torquote ist schon vergleichbar momentan. Da hätte ich eine Frage, mit wem würdest du ihn am ehesten vom Spielertyp oder vom Spielstil her vergleichen? Wer ist normalerweise, wie ein Spielerwunder sagen würdest, ja, André Silva spielt einen ähnlichen Spiel oder ist ein typischer, ja, keine Ahnung, Mittelstürmer, wie auch immer, ist es eher ein Außenstürmer, der auch über die Seiten reinzieht, wie wir das auch von manchen Spielern kennen. Mit wem würdest du ihn am ehesten vergleichen? Also, als Spielertypus würde ich ihn eher als Strafraumstürmer bezeichnen, weil er wirklich seine Qualitäten hat, wenn er kurz vorm Elfmeterpunkt ein Zuspiel kriegt. Die verwandelt er schon relativ gut. Er hat aber auch einen guten Schuss von außen, aber ihm fehlt manchmal so ein bisschen das Tempo. Ich, also, das war so mein Eindruck, aber aus der Bundesliga würde mir da jetzt, also, würde mir jetzt niemand einfallen, aber er ist ein Stürmer, der in der Bundesliga... Puh, äh, ich gucke, wie ich schon gesagt habe, in letzter Zeit nicht so guten Fußball, äh, mit der zweiten Liga, ähm, ja, also... Okay, aber vom, muss ja jetzt auch kein Spieler in dem Sinne sein, okay, also du sagst, auf jeden Fall hat er seine Stärken, das ist ja auch das, was wir eigentlich gesucht haben, einen Spieler, der von der Seite angespielt werden kann oder mal mit einem schönen Steilpass oder Schnittstellenpass dann in Szene gesetzt werden kann und da sagst du, ist das auf jeden Fall ein Verwerter oder ein Vollstrecker für uns, denn das hat uns ja eigentlich die letzten Spiele gefehlt. Das auf jeden Fall. Er hat in Sevilla auch eine relativ gute Torquote gehabt. Das einzige Jahr, wo er nicht so funktioniert hat, war Mailand, aber ist auch ein bisschen verständlich. Er ist in eine relativ chaotische Mannschaft reingekommen mit vielen Wechseln. Er war noch relativ jung, ich glaube, der war 21, als er zu Mailand gewechselt ist, hatte vorher nur die portugiesische Liga gekannt, die jetzt mal ganz ehrlich nicht die höchste Qualität hat, hat da aber bei einem Spitzenteam gespielt mit Porto, hat damals knapp die portugiesische Meisterschaft verfehlt, was ihn auch ein bisschen gewurmt hat, hatte dann auch seinen Vertrag verlängert und ist dann aber sofort zum Mailand gewechselt, was für mich vielleicht etwas zu früh gewesen ist. Okay. Heißt aber große Verstärkung für die Eintracht. Auf der anderen Seite, wir haben ja viel jetzt auch, und du hast es auch schon, da wird mir natürlich immer Angst und Bange und ich glaube, René, und insbesondere wenn Basti hier wäre, würden wir uns beide anschauen, würden wir sagen, ach du jemini, Patella-Szenen-Problematik, Ausfall da aus der Namenschaft, wir haben ja auch viel, es gab ja viele Gerüchte aus Italien, er sei ja, mit der Achillessehne gäbe es Probleme und muss geschaut werden und eventuell hat sich der Transfer an diesen Medizin-Check aufgehängt. Hast du denn da Informationen für uns oder bist du da irgendwie im Bilde, was ist da dran? Ist er sehr anfällig? Wie viele Spiele macht er denn in der Regel für eine Mannschaft oder fällt er viel aus durch Verletzungen? Wie sieht da die Bilanz aus, die du ziehen kannst? Also ich weiß, dass er in anderthalb Jahren bei Porto, glaube ich, 45 Spiele gemacht hat, was jetzt nicht so wenig ist. Es kann natürlich sein, dass als er nach Italien gewechselt ist, beziehungsweise die Patella-Szenen-Probleme hatte er ja, als er in Spanien war, dass vielleicht durch den Wechsel und die andere Belastung, dass da vielleicht was passiert ist, weil da hat er auch viele Spiele in der Nationalmannschaft gemacht, die kamen noch dazu, die hatte er in seinem ersten Jahr bei Porto nicht. Aber ich würde ihn jetzt nicht als mega verletzungsanfällig beschreiben. Okay. Ja, spannend. Wird jetzt auch interessant zu sehen, das ist auch eine Frage, die wir zugeschrieben haben. Ich weiß nicht, ich glaube, es war von der Alice, dass wir ja jetzt im Sturm eigentlich ja drei Menschen haben, die mehr oder weniger des Portugiesischen mächtig sind, weil Bastos durch seine Jahre bei Sporting da ja vielleicht auch den ein oder anderen Ton rauskriegt. Fenster aufgeschnafft hat. Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Bastos hat auch super funktioniert in der portugiesischen Liga. Der hat da auch eine überragende Torquote, was eventuell halt aber auch gegen die Qualität der portugiesischen Liga spricht. Ja, das war das, was man gedeutet hat. Von daher muss man mal sehen. Also in Spanien konnte er sich gut durchsetzen. Aber das Interessante bei Paciencia zum Beispiel ist, der hatte keine gute Torquote in Portugal. Und in letzter Zeit funktioniert er bei der Eintracht ganz gut. Von daher. Ich glaube aber auch, weil er jetzt einfach durch den Weggang von Jovic und Haller halt automatisch einfach mehr Spiele gekriegt hat, weil gerade jetzt in der Vorbereitung und in den ganzen Quali-Runden ein Dorf war. René ist kein Vollstrecker, muss man auch dazu sagen. Er hat auch viele Chancen liegen lassen. Das ist ja gerade das Problem. Deshalb haben wir ja auch hier immer gesagt gehabt, oje, oje, dieser Sturm Paciencia, Jovic, können wir auf keinen Fall als Nummer-eins-Stürmer mitnehmen. Aber klar, logisch, sorry. René ist natürlich was, er hat wahrscheinlich, er macht nicht so wenig Tore natürlich, weil er mittlerweile ein bisschen mehr spielt auch. Auch auf der anderen Seite, die Torquote ist, glaube ich, nicht so pralle. Ja, aber ich glaube, mit Silva hat man sich da einen ziemlich guten Stürmer dazu geholt. Ja. Also wenn er die Chancen hat, verwertet er sie ganz gut. Er hat auch manchmal, also was heißt manchmal, er hat auch recht häufig den Blick für den Nebenmann, was auch ganz praktisch ist. Und wie gesagt, er zieht halt auch manchmal Fouls in Situationen, wo es ganz wichtig ist. Also kurz vorm Strafraum, weil er sich in den Gegner reindreht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in der deutschen Liga funktionieren wird, weil vielleicht ein bisschen mehr spielen gelassen wird als in Spanien, wo, glaube ich, ein bisschen mehr abgefiffen wird. Er muss sich auf jeden Fall erstmal an das körperliche Niveau gewöhnen. Aber wenn er das hat, Kopfball ist bei ihm auch nicht so schlecht, aber ich würde ihn am Boden immer noch stärker einschätzen. Wird auf jeden Fall interessant, wie er mit Paciencia zusammenspielt. Ja, beziehungsweise mit Dost. Und das war so der Punkt, wo ich gerade eben so ein bisschen zusammengezuckt habe, wo du gesagt hast, er ist jetzt nicht der Schnellste. Ich würde Dost halt auch nicht unbedingt als den begabtesten 100-Meter-Sprinter da einstufen. Das ist so ein bisschen, wo man dann natürlich auch gucken muss, wie das dann vom Spielstil und von der Ausrichtung her passt, weil wir halt viel auch über Konter in letzter Zeit gespielt haben. Und dann hast du einen schnellen Kostic auf der Außenbahn. Und wenn der dann noch eine Minute warten muss, bis die beiden Mittelstürmer dann da irgendwie mal in der Position sind. Also so langsam ist er nun auch nicht. Ja, okay. Er ist halt aber nicht der typische Konterstürmer, der sich den Ball an der Mitteldinie schnappt und irgendwie dann komplett durch drei, vier Leute durchsprintet. Er hat einen guten Antritt auf den ersten Metern, was auch ganz praktisch ist, wenn man halt von der Seite die Bälle reinspielt, weil er dann einfach die Verteidiger überläuft und nicht aus dem Abseits kommt. Und ich schätze ihn halt vor allen Dingen technisch sehr stark ein. Also seine Ballverarbeitung ist sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass Bastos wahrscheinlich die Sturmspitze spielt und dann die Bälle ablegt, was Silva, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen wird. Da kommen wir zum guten Punkt, weil ihr es beide jetzt eigentlich schon angesprochen habt. Das heißt, für dich ist es eigentlich vom System her ein Zwei-Stürmer-System dann mit Silva. Also Silva hat in der Nationalmannschaft, wenn er mit Ronaldo zum Beispiel zusammengespielt hat, hat er als hängende Spitze fungiert. Das hat er auch ganz gut gemacht. Er kann aber auch zentral als alleinige Spitze spielen. Aber normalerweise agiert ihr ja mit zwei Stürmern. Wenn du dir den Kader von uns so anschaust, würdest du eher sagen, ist wahrscheinlich ein System, ich freue mich nur immer, wenn wir ein bisschen Wandel drin haben, dass wir ein bisschen Variabilität im Kader haben. Und wenn du natürlich da sagst, er kann beide spielen, ist das natürlich schon eine super Sache. Gerade auch, ich komme ja fast in Schwärmen, wenn du ja anfängst mit, er hat eine gute Ballkontrolle, er kann gut andere Spieler in Szene setzen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich an der Stelle brauchen, wo wir ja schmerzlich Haller vermissen, vom Spielertypus her wahrscheinlich dann auch wieder ganz anders, aber zumindest auch in der Qualität und ja, auch mit vielleicht einem gewissen Pfiff, der uns im Moment gefehlt hat, um eben diese letzte Reihe ein bisschen mehr aufzuschütteln. Und wenn man damit Silva noch einen super Verwerter hat, ist das natürlich eine super Sache. Es ist vor allen Dingen gut, dass ihr mit Bastos jemanden drin habt, den man auch hoch anspielen kann und der die Bälle ablegen kann. Da funktioniert Silva als alleinige Spitze nicht so gut, weil er halt einfach nicht so groß ist. Ich glaube, er ist 1,84. Ist zwar jetzt auch nicht sonderlich klein, aber er funktioniert als alleinige Spitze bei hohen Bällen nicht so gut. Den muss man meistens eher flach anspielen. Okay. Ja gut, aber ich meine, Patienz ist ja dann auch eher einer, der in letzter Zeit auch oftmals dann, wenn er Tore gemacht hat, die dann auch eher so per Kopf gemacht hat, wo ich bei ihm dann immer so ein bisschen zusammenzucke, wenn er dann versucht, irgendwie lange mit dem Ball am Fuster unterwegs zu sein. Vielleicht ist das aber auch eher mein persönliches Problem. Von daher würde sich das ja auch da wieder ganz gut irgendwie ergänzen. Ja, also in dem Punkt unterscheiden sich die beiden halt extrem. Patienz schätze ich im Kopfballspiel besser ein, ist dafür aber technisch nicht so stark wie Silva. Und Porto hat halt damals schon immer auf so kopfballstarke Spieler gesetzt, außer als man Abubakar ausgeliehen hatte. Der war nämlich bei Besiktas eine Zeit lang. Da hat man das mit den technischen Stürmern auch probiert, die dann flach angespielt werden. Da passt er halt Silva besser ins System. Und dann hat man es halt wieder mit Patienz ja versucht, mit den hohen, langen Bällen. Dann muss man mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Ja, spannend. Ich komme auch so ein bisschen ins Schwärmen und freue mich schon auf das erste Spiel, wo sie alle dreimal auf dem Feld stehen. Ich glaube, da kann der Gegner gleich irgendwie zwei Busse vorm Tor parken. Unbedingt, unbedingt. Eine Frage habe ich aber noch. Und zwar, weil wir ja im Endeffekt auch diesen Vergleich an Derebic, an Dres Silva haben. Einfach aufgrund der Positionsgetreuung passt nicht ganz. Aber es ist natürlich, der Wechsel ist da. Das Tauschgeschäft hat stattgefunden. Wir haben sonst auf der Position jetzt niemand mehr für vorne geholt. Wie sieht das denn aus? Eine große Stärke von Derebic war ja das früher Anlaufen, erst der Verteidiger sein sozusagen. Ist das auch was, wo Andres Silva bereit ist, schon die Spieler in der ersten Reihe anzulaufen? Hat er das im Blut, in Anführungszeichen? Derebic war natürlich da extrem bissig, extrem geil. Wird wahrscheinlich schwierig, da ranzukommen. Aber wie ist denn da so die Erfahrung? Oder ist das in der portugiesischen Liga, beziehungsweise italienisch, habe ich alles ewig nicht geguckt. Deshalb kann ich dazu jetzt gar nicht viel sagen. Ist das da gar nicht so üblich im Moment? Ich habe Silva hauptsächlich in der portugiesischen Nationalmannschaft und halt beim FC Porto gesehen. Das sind Mannschaften, die nicht wirklich pressen. Portugal presst erst im Mittelfeld, also typisches Mittelfeldpressing. Also von der Körperlichkeit glaube ich schon, dass er das schaffen würde. Man muss es ihm halt beibringen. Ich weiß nicht, wie das in Italien damals war. Er hat auch in der Nationalmannschaft mal so ein, zwei Szenen gehabt, wo er ganz gut nachgesetzt hat und dann auch Angriffe eingeleitet hat. Aber es ist jetzt nicht so sein Steckenpferd, würde ich jetzt sagen. Aber er ist halt noch jung. Mit 23 kannst du ihm noch das Gegenpressing beibringen. So sieht es mal aus, genau. Stimmt, ja. Sehr gut. Er muss ja auch noch was lernen können hier. Ja, und ich glaube, da ist er ja durchaus gewillt. Er hat ja heute auf dieser Pressekonferenz auch gesagt, dass das für ihn auch ein wichtiger Schritt war. Er will, wie er das so schön genannt, erwachsen werden. Er will sich nochmal irgendwie ausprobieren. Er will auch die Sprache lernen. Also zumindest von dem, was er da gesagt hat, wobei man natürlich auch da immer mit dazu sagen muss, dass da auch ganz viel von den Antworten, die gegeben werden, vorher abgesprochen sind. Aber macht er da jetzt erst mal so einen ganz guten Eindruck? Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, Miguel, ist es ja jetzt auch durchaus auch jemand, wo man sich spielerisch drauf freuen kann. Und ich glaube, mit Paciencia vergleichen kann man ihn halt wirklich nicht, weil Paciencia, äh, Paciencia, Rebic vergleichen, weil Rebic halt ein komplett anderer Spielertyp ist, wo du auch ja viel gesehen hast, dass er auch immer wieder auf die Außen gegangen ist, mit Geschwindigkeit von Außen rein. Ist halt anderer Typ. Ja, also dieser Punkt mit dem Erwachsenwerden. Ich habe ja gesagt, vielleicht war der Wechsel für ihn nach Mailand ein bisschen zu früh. Ich glaube, dass der Wechsel jetzt nach Frankfurt vielleicht ganz gut ist. Also, um halt Spielpraxis zu sammeln, sich auch mit etwas körperlicherem Fußball, ähm, zu beschäftigen. Ja. Weil Spanien ist halt doch nochmal ein bisschen technischer, nicht so, nicht so körperlich wie der deutsche Fußball. Von daher könnte das mit dem Erwachsenwerden ganz gut klappen hier in Deutschland. Okay. Klingt sehr gut. Ich bin gespannt, ähm, bis er dann, wenn er dann mal richtig auf das erste Mal auf dem Platz steht und sich dann mit, äh, den er spielweise in der Bundesliga, äh, rumschlagen kann und, äh, das erste Mal hier schön Schnee auf dem Platz liegt. Ja, also er hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er jetzt die Länderspielpause hat und nicht, äh, nominiert ist für die Nationalmannschaft. So kann er sich zumindest an, äh, seine Kollegen gewöhnen, die da sind. Aber ist er nicht ähnlich wie Pacienz ja auch im erweiterten Kader irgendwie auf Abruf oder so? Hatte ich da noch nicht was gelesen? Ich hatte mir gestern noch den Kader angesehen, da tauchte er nicht auf. Äh, ich bin da jetzt aber auch nicht so in die Tiefe gegangen und hab geguckt, ob er vielleicht auf Abruf irgendwie dabei ist. Ähm, eine Frage hätte ich noch und zwar hast du so ein bisschen was mitbekommen? Heute wurde es ja angeklungen, dass auch andere Vereine, äh, auch aus der Bundesliga an ihm dran waren. Man hat sich ja dann eh, ist für mich natürlich eine super Sache gewesen und da, äh, muss ich sagen, war ja auch Bobic, der gesagt hatte, vor ein paar Jahren wäre dieser Wechsel unvorstellbar gewesen, dass ein André Silva nach Frankfurt kommt. Ähm, meine Frage zielt eigentlich so ein bisschen darauf hinaus. Meinst du, die Außenwirkung der Eintracht mittlerweile hat da den Ausschlag gegeben oder waren es dann doch wieder eher erkannte Berater mit dem anderen Berater gut und dementsprechend ist da jetzt was bei rumgekommen? Woran meinst du, dass heute so ein Spieler wie André Silva zur Eintracht gewechselt ist? Puh, schwer zu sagen. Ähm, auf jeden Fall darf er hier Europäer, darf er bei euch Europäer spielen, was schon mal nicht schlecht ist. Ähm, Frankfurt wird er wahrscheinlich noch aus der Euroleague kennen, weil Porto ja auch gegen Frankfurt gespielt hat. Hat er auch im Interview gesagt gehabt, genau, ja. Ähm, von daher war der Klub ihm zumindest bekannt. Ähm, ich weiß nicht, welche anderen Mannschaften in der Bundesliga an ihm dran waren. Ist leider auch nicht drauf eingegangen, keine Ahnung. Ähm, von daher, ähm, ich glaube schon, dass Frankfurt mittlerweile sich mehr etabliert auf der europäischen Bühne. Dementsprechend ist es auch eher ein Begriff. Ähm, vor allen Dingen nach dem letzten Jahr mit dem Halbfinale. Ähm, aber natürlich spielen da auch die Berater eine Rolle. Also, Spieler, der mit... Und vielleicht auch Gonzalo Paciencia, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, dass er vielleicht auch nochmal gesagt hat, hey, hier ist es ganz cool, das auf jeden Fall. Also, er wird sich bestimmt bei ihm erkundigt haben, wie das so ist in Frankfurt. Ähm, aber ja, ähm, man muss halt gucken, wie das, wie das sich so entwickelt, ne. Ähm, auch das Klima in der Mannschaft, äh, wird man dann ja sehen. Aber es ist halt gut, dass er einen Ansprechpartner hat. Ja. Von daher. Chat wird gerade eben geschrieben, dass Schalke wohl in dem Zusammenhang genannt wurde. Das kann ich verstehen. Nach Schalke hätte ich auch nicht gehen wollen. Ja, äh, ich sag da mal nichts zu. Ähm, aber bei, äh, bei André Silbaum nochmal darauf zurückzukommen, der hat jetzt innerhalb von drei Jahren drei Clubs gehabt, ne. Man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, äh, und gucken, wie er funktioniert. Ähm, bei Mailand hat er halt überhaupt nicht funktioniert. Bei Sevilla hat er ziemlich gut funktioniert. Ähm, und jetzt wäre es halt ganz schön, wenn er in Frankfurt auch gut performen würde. Ja gut, ich meine, er ist ja jetzt für zwei Jahre ausgelegen. Das muss man natürlich jetzt auch, ähm, nochmal der Vollständigkeit habe sagen. Wir haben quasi ein Tauschgeschäft gemacht. Es ist, ich habe nichts Konkretes gefunden, was die eventuellen Ablösesummen am Ende irgendwie angeht. Ich war immer nur die Rede von quasi einer, einer Leihgebühr von fünf Millionen über die zwei Jahre. Ähm, ich vermute mal, also ich, ich, ist jetzt wirklich reine, wahrscheinlich miteinander dann auch irgendwie auch verrechnet. Reine Vermutung, dass das am Ende irgendwie so ein, so ein Null-auf-Null-Tausch ist, weil es ja in dem Vertrag von Ante Rebic immer noch diese Klausel gibt, dass wir quasi 50 Prozent der, der Verkaufserlöse, die wir in dem, im Sinne eines Weiterverkaufs machen, an, äh, Florenz abdrücken müssen. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin da jetzt kein, kein Anwalt für Vertragsrecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du quasi ein Tauschgeschäft machst und da kein Geld fließt, wo halt diese Klausel eventuell nicht erfüllen musst und das fände ich dann schon einen recht smarten Move. Das glaube ich, das glaube ich aber nicht, sondern das wäre, glaube ich, da kannst du das, glaube ich, wieder anfechten. Ich denke schon, dass da ein bisschen was fließen muss, aber zumindest können wir es wahrscheinlich auf einen, auf einen sehr niedrigeren oder auf einen sehr, sehr, äh, relativ gering und machst quasi irgendwie einen Tausch und dann verlierst du da nicht allzu viel. Also es ist schon, schon ein cleverer Zug. Du stellst halt alle Parteien irgendwie zufrieden. Silva, der, wie du ja richtig gesagt hast, bei Mailand nicht so gut funktioniert hat, hat nochmal eine Möglichkeit, sich woanders auszuprobieren und international zu spielen. Rebic hat die Möglichkeit, eben den, den Verein zu wechseln, was er ja wollte und sich da nochmal irgendwie auszuprobieren und am Ende kannst du das Ding dann halt entweder festmachen oder halt zurückdrehen und das könnte halt spannend sein. Ich habe nur irgendwas, irgendjemand hatte gesagt gehabt, dass es eventuell so ist, dass wir kaufen dürfen, aber, äh, Mailand kaufen muss. Das ist auch von der Petrax ausgestanden, da kursiert ja so viel rum. Ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach abwarten, bis da, äh, bis es soweit ist, die zwei Jahre, wenn wir, wenn wir abwarten müssen, dann sehen wir, was wirklich bei rumgekommen ist. Aber da, da geht so viel um, es ist wieder so verrückt, also, äh, der, äh, wunderbare Deadline Day ist fertig oder, wie die Kollegen ja Redline Day genannt hatten, ähm, alles vorbei und trotzdem kursieren hier die heißesten Gerüchte noch. Also, es ist, es bleibt spannend. Es bleibt wirklich spannend. Das auf jeden Fall. Aber da bin ich da schon mal ganz zufrieden, dass wir da einen, äh, sehr guten, sehr guten, äh, Stürmer bekommen haben und dir, Miguel, vielen Dank für deine, für deinen Input. Da dann nochmal so ein bisschen mehr zu verstehen von diesem Spieler, ähm, hat uns extrem weitergeholfen. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann, äh, hoffen wir, dass, äh, du vielleicht in der nächsten, dass wir dich im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison hier vielleicht auch, äh, zweimal noch dazuholen können, wenn der HSV es dann doch irgendwie mit diesem Aufstehen immer schafft. Ja, momentan sieht es ja ganz gut aus. Ja, aber es ist ja auch erst, welcher Spieltag ist in der Liga, in der zweiten Liga? Der fünfte. Okay, war ich ein zu weit. Ja, es gab ja genug andere Probleme momentan beim HSV, von daher bin ich ganz froh, dass jetzt auch erst mal Länderspielpause ist. Ja, ich glaube, da sind auch andere Leute, die jetzt nicht mit dem HSV zu tun haben, durchaus froh. ja, gut, dann vielen Dank und, äh, da nicht für. Danke gleichfalls. Tschüss. und dann machen wir weiter mit einer ergänzenden Sache noch, die wir zu dem Herrn Rebic noch sagen müssen. Wir haben eine Menge Feedback bekommen, wir haben eine Menge Feedback bekommen, wirklich eine große Menge, ähm, das ist halt unsere Meinung. Ihr hattet da in den Kommentaren auf Twitter und auch per E-Mail eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung, was ich auch prinzipiell erstmal gut finde. Da kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Ähm, viele haben uns geschrieben, dass man einen Spieler wie Rebic durchaus auch mal öffentlich anzählen kann und haben zu Recht, und das haben wir vielleicht bei der ganzen Diskussion so ein bisschen außen vor, äh, gelassen, ähm, dass Kovac das Spiel ja auch schon mal gemacht hat, ihn ja auch schon mal öffentlich so ein bisschen angezählt hat, das hat ja damals auch ganz gut funktioniert. Jetzt wissen wir halt auch nicht, was da alles im, in der Vergangenheit und so im Hintergrund abgelaufen ist, ähm, Basti hatte es ja am, in dem von dir eben schon erwähnten Redline Day da am, ähm, am Montag bei den Kollegen von Fußball 2000 nochmal erwähnt, ähm, dass das da ja dann auch so ein bisschen, ja, ähm, habe ich gerade, bin ich gerade ein bisschen am Zusammenzucken, weil auf einmal die Spur von Miguel da auf einmal weg war, das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Kopfschmerzen, das wäre jetzt natürlich extrem doof, okay, let me check this, ne, da ist eine Spur, okay, könnte, könnte funktioniert haben, schauen wir mal, schauen wir mal, ob es am Ende noch da ist, ähm, genau, wo waren wir, ach so, ja, genau, ähm, das ja da in der Vergangenheit oder in der letzten, im letzten halben Jahr da wohl auch schon, das in der Mannschaft so ein bisschen gebrodelt hat, genau, also von daher, ja, kann da jeder seine unterschiedliche Meinung haben, danke für all das Feedback, das hat mir zumindest noch mal so ein bisschen geholfen, ähm, das einzusortieren, aber, ja, wir haben halt eine, das ist ja toll, wenn man da kontrovers ein bisschen diskutieren kann, es geht manches, es geht natürlich immer ein bisschen, äh, ja, übers Ziel hinaus, äh, Leute, entspannt euch, ganz normal diskutieren, alles okay, und dann ist das doch prima, dann, dann funktioniert das doch super und es ist wirklich schön, dass ihr euch so beteiligt und dass ihr auch im Endeffekt eure eigene Meinung stark vertretet und das ist genau das, was ja so sein soll. Ja, genau. Okay, genau, so ist das. So, und dann müssen wir jetzt auch noch reden über diese, über diese Euroleague. Letzte Woche Rückspiel, Straßburg, am Ende 3-0 für uns. Das ist jetzt ja nicht schöner, malen können. Es hättest ja nicht schöner malen können, aber es war wirklich, also ein, ein, was ein Krampf, anstrengendes Spiel, ja, Krampf ist das, ist das richtige, ist absolut das richtige Wort, ich hab mich echt schwer getan, ich war lange nicht mehr bei einem Fußballspiel so angespannt. Ja, glaube ich dir, also wir waren ja auch im Stadion wieder gewesen. Ich war ja zu Hause vorm Fernseher, das ist ja dann immer nochmal so eine ganz andere Situation, du hast halt gemerkt, die Mannschaft wollte von Anfang an, wirklich mit aller Kraft dieses Ding da irgendwie rumreißen. Genau. Ist da mit ganz viel Energie reingegangen, die einen sagen vielleicht auch mit ein bisschen zu viel Energie, wenn wir gleich nochmal über die rote Karte von Andreevitscher sprechen, aber es war halt, also das fand ich halt auch wiederum gut, auch Straßburg, die spielerisch nicht so wirklich einen Fuß auf den Boden gekriegt haben an dem Tag, haben es aber zumindest auch versucht, kämpferisch dann irgendwie durchzukriegen. und das war halt auf der Ebene, war das halt einfach schon eine extrem geile Nummer. Und ich weiß nicht, was für eine Eruption da durch das Tor, also durch das Stadion ging, als Andreevitsch da diesen Ball von der Seite reinzimmert und der Abwehrspieler von Straßburg das Ding quasi ins eigene Tor abfälscht. Also ich habe glaube ich in dem Moment das halbe Wohnzimmer irgendwie umgeräumt, so wie ich da durch die Gegend gesprungen bin. Ähnlich ist es natürlich auch im Stadion gelaufen, wieder viel Bier geworfen worden und so weiter, Bierdusche gehört natürlich immer dazu, aber das ist hier Wahnsinn gewesen, wie du schon sagst, René, es war richtig, richtig geil, richtig emotional, die Stimmung, so hast du das ja so richtig gemerkt, die Leute hatten auch alle Bock, da hast du gemerkt, das überträgt sich, finde ich auch, das ist diese Klausel oder die Floskel, der zwölfte Mann, du hast so richtig gemerkt, wir haben Bock, hier geht es richtig los und Andreevitsch, um nochmal auf diese Kritik und die Punkte zurückzukommen, was für eine Reaktion, wie geil war das denn, was hatte der Bock auf das Spiel, was hat der da reingezogen, 120 Prozent, wir haben es immer gefordert, klar ist dann im Endeffekt das blöd gelaufen, später und der ein oder andere, du sagst schon, und der hat dann gesagt, ah, der hat total überpaced, der muss das gezielter auf den Boden bringen, Leute, wir haben vorher gesagt, du Ox, was spielst du hier so lustlos, gibst dir 50 Prozent und willst dich noch auswechseln lassen, auf der anderen Seite macht das dann auch nicht richtig, wenn er sagt, okay, dann haue ich jetzt alles rein, was ich kann und habe hier, gebe Vollgas, also mir hat er richtig gut gefallen und wie du sagst, die Krönung natürlich dann, gerade in der ersten Halbzeit, die schöne Reingabe, die dann auch, ja, einfach erzwungen wurde das Tor mit dem, mit dem Eigentor, geil, einfach geil, einfach mega geil, Grüße an der Stelle an den SGE Gonzo, der gerade im Chat geschrieben hat, dass diese Eruption krank ist, dass er jetzt mit Männerkrippe zu Hause liegt, von daher gute Besserung, Grüße und gute Besserung, die Telefonnummer von seiner Mutter hat vielleicht mal anrufen, dass der Junge da mal eine heiße Hühnersuppe oder so kriegt, ja, also das war halt einfach schon extrem geil und war dann ja auch so ein bisschen dann dieser sprichwörtliche, ähm, Büchsenöffner, Dosenöffner, gut, Rebic stand eben mit dieser roten Karte, wo ich immer noch der Meinung bin, dass es keine rote Karte war, ist gelb, Ja, er geht da vielleicht irgendwie ein bisschen, er will es ein bisschen zu sehr, aber da war weder jetzt irgendwie offene Sohle, noch irgendwie gestrecktes Bein, noch sonst irgendwie, also das war schon, ja, kann man machen, muss man nicht, ist, ja, vielleicht ein bisschen drüber. Definitiv drüber. Ja, ich weiß nicht, aber in Summe war das ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit, fand ich, dass der Schiedsrichter generell diese Spiele nicht so richtig im, im Griff hatte. Ganz schlechter Tag. Also, also das war so ein bisschen, so ein bisschen sehr, sehr schwierig, da hätte man viel früher irgendwie reingehen müssen, man hat ja gemerkt, dass beide Clubs da einfach am fighten waren, aber da war ja, da war ja Kartenfestival ab der ersten Sekunde, also für mich war es kein rot, dementsprechend halt auch schade, ähm, diesen, diesen Abschied von ihm dann da in diesem, Spiel zu haben, aber hey, er hat immerhin in hoher geschossen, und von daher kann man ihm doch einfach nur, nur froh sein, ja. Das hat sich ja dann ja auch so ein bisschen ausgeglichen, mit, ähm, der, der roten Karte, die dann der, der Straßburg-Spieler gesehen hat, da wären für mich auch der ein oder andere Kandidat vorher schon dabei gewesen, der auch eigentlich die zweite gelbe Karte da hätte sehen müssen, wo sie dann irgendwie nicht gekommen ist, also es war halt einfach ein kämpferisches Spiel von vorne. Es war ein sehr kämpferisches Spiel, und jetzt kommt aber das Beste, ich glaube, ich hatte, es war Dominic Korn, der, ähm, die, sozusagen, die rote Karte provoziert hat, in Anführungszeichen. Ja, was heißt provoziert? Ja, er hat ihn halt, ja, also er ist ihn, Er hat das, glaube ich, im Interview hatte er doch gesagt gehabt, der Trainer hat auch gesagt, es sollen im Endeffekt, ja, diese, diese Karten, diese Situation sollen auch in gewisser Hinsicht ein bisschen provoziert werden, das heißt, ein bisschen übereckten, ein bisschen, äh, dass der Schiedsrichter halt auch sieht, was da passiert ist, gerade, weil es eben den Videobeweis nicht gibt, ähm, mit eben diese, ja, aber auch, ja, Videobeweis hin oder her, ich meine, er haut ihm ja am Ende dann, die Hand geht ins Gesicht, das ist eine Tätigkeit, so oder so, ja, also, ja, also, das scheint, nach all dem, was sowohl der Trainer als auch die Spieler gesagt haben, war das eben das, ich will es jetzt nicht stilistische Mittel, aber das strategische Mittel, ähm, nennen, was die dann einfach, wofür man sich in der Halbzeitpause entschieden hat, du siehst, das ist ein sehr kämpferisches Spiel, du hast einen Schiedsrichter, der sehr schnell da mit Karten agiert, du hast halt eben auch den Gegenspieler oder den Mitspieler, der auf solche Dinge halt auch einfach reagiert, und dann sagst du, okay, komm, dann machen wir jetzt gleiches mit gleichem, Feuer mit Feuer, äh, dann provozieren wir jetzt auch in der Hoffnung, dass wir entweder Karten provozieren, oder halt einfach günstige, äh, gute Freistoßsituationen, was ja bei dem, bei dem 2-0 von Kostic auch mehr als gut funktioniert hat, also als sie sich aufgestellt haben, habe ich schon gesagt, den schießt Kostic, nicht Kamada, ja, das konnte man direkt sehen, aber dass der dieses Ding so zentimetergenau da unter die Latte hämmert, also, wenn das nicht Tor des Monats des Jahrtausends wird, dann weiß ich es auch nicht, das Ding war ja sowas von geil. Ne, war richtig, richtig gut, und dann auch so wichtig, ne, das sind ja oft diese tollen Tore, fallen ja oft dann, ach, was weiß ich, 5-0, 6-0, das ist langweilig, aber hier, es ging ja wirklich zu dem Zeitpunkt noch um alles, und dann diese Ruhe da zu zeigen, hier, ich, da merkst du aber auch, welche Position er mittlerweile in der Mannschaft eingenommen hat, er sagt, ich übernehme die Verantwortung, ich, äh, bin mir sicher, ich habe heute einen guten Tag, und knallt dann das Ding da unter die Latte, wow, also richtig geil, dass das dann natürlich auch noch so funktioniert, und, mit dem 2-0 war natürlich schon, ein riesen, riesen Weg gegangen, äh, auch wenn es immer noch spannend blieb, also auf dem Rengen war es immer noch, war sich immer noch keiner sicher, dass dann wirklich am Ende, am Ende alles passt, äh, ein Tor hätte ja dann schon wieder gereicht, um wieder alles umzuwerfen, wegen der Auswärts-Tor-Regel, und dann wäre es in die, in die sehr unnötige Verlängerung gegangen, ne, stimmt nicht, Verlängerung wäre es dann nicht gegangen, dann wären wir raus gewesen, genau, das war so ein bisschen, ähm, das Problem an der Sache, das klang, als wäre wieder jemand da, ja, Marvin, zweiter Versuch, ich höre ihn nicht, ich höre ihn nicht, nein, ich höre ihn leider aktuell auch nicht, dann, warten wir gleich, ob es gleich nochmal funktioniert, ja, stimmt, dann wären wir wegen Auswärts-Tor-Regel draußen gewesen, genau, so wichtiger war dann dieses 3-0 von Da Costa, was dann da errettenderweise dann da noch über die Linie kam, yes, hi Marvin, super, okay, wir sind gerade bei dem Da Costa-Tor, bis dahin haben wir uns schon vorgearbeitet, ähm, ja, einfach immens wichtiges 3-0 an dieser Stelle, und was ich noch viel geiler finde, als dieses Vor-Tor von Da Costa tatsächlich, ist die Art und Weise, wie, äh, Kamada, ich bin zu 200 Prozent mittlerweile auch Team Kamada, ähm, dieses Ding da raus spielt, da den Gegenspieler ausschreiten lässt, richtig geil, und dieses Ding da querlegt, also, äh, hui, hui, super, sag ich das auch, hui, 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 ja, ja, jetzt erstmal grüß dich Marvin, hi, grüß dich Marvin, den Satz, tut mir leid Jungs, also ich habe hier extreme Probleme, ich höre nämlich nichts auf meinem Mikro, ähm, auf meinem Headset, okay, oh, deswegen spreche ich aber jetzt, äh, ich spreche ins Headset, höre euch aber nicht, ich höre ich, ich höre aber jetzt, was ihr sagt, höre ich aus dem, ähm, Notebook heraus, ne, deswegen, Gott, ich bin auch noch eine Weile auf der Arbeit, und so weiter, deswegen, ähm, geht's jetzt gerade nicht anders, ne, ihr seid ja gerade bei Straßburg schön dabei. Wir sind gerade schon bei Straßburg, Marvin sitzt noch im Redline-Studio, und wir können jetzt dann, glaube ich, auch nachdem wir es spielerisch, jetzt mehr oder weniger alles durch haben, also das Ding war, ein geiler Fußballabend, 3-0, wir sind in der Gruppenphase, da können wir gleich im Detail nochmal drüber sprechen, aber unser Schwerpunktthema bei diesem Spiel ist jetzt eigentlich all das, was da, ähm, rundherum angeblich gewesen ist, beziehungsweise im, Nachgang jetzt, äh, diskutiert wurde, und wo es ja jetzt auch mittlerweile eine Aussage, ein Statement der, äh, Frankfurter Eintracht dazu gibt, nämlich die, ja, nennen wir es Gerüchte, ja, ich würde sagen, Gerüchte ist das richtige Wort, ähm, man hätte den Schiedsrichter, man hätte angeblich hätten Großteile der Fans, wenn nicht sogar der ganze Fanblock, Judensau, äh, gerufen, und hätte damit quasi auf den Schiedsrichter abgezielt, der ja, äh, israelische Abstimmung, ähm, ist. Und das sind natürlich so Aussagen, wo man sich gerade in Zusammenhang mit Frankfurt schon fragen kann, wie man auf solche Dinge an dieser Stelle einfach nur kommen kann. Ja, ähm, also, wir müssen differenzieren, mhm, sind nicht nur Gerüchte, also, äh, wenn wir auf den Blog gehen, dann natürlich, aber, ähm, ich glaube, ich versuche das alles mal so ein bisschen einzuordnen, ne? Perfekt. Wenn das okay ist, wenn das okay ist. Deswegen bin ich jetzt heute auch, hab ich mir jetzt nochmal zugeschaltet, das ist so einer meiner Hauptgründe, denn im Endeffekt ist es so, dass wir eigentlich festhalten können, dass es, äh, wie die Eintracht das ja auch selber gesagt hat, vereinzelt genau diese Rufe gab, ja. Ich hab, ich wurde nach dem Spiel von einem, ähm, Kollegen, direkt nach dem Spiel im Bahnhofsviertel, ähm, von einem Kollegen, äh, angesprochen, der hört uns jetzt hier vielleicht auch zu, wahrscheinlich nicht live, aber wenn er es dann später hört, Grüße an dieser Stelle, der das mitbekommen hat, ähm, und der, ja, auch da, davon persönlich betroffen war, genauso wie sein Freund im Grunde, und, äh, das halt natürlich eine Sache ist, ähm, allein wenn du solche Äußerungen hörst, die dich dann, weil du jetzt vielleicht jüdischer Abstammung bist, beziehungsweise den jüdischen Glauben hast, ähm, die dich dann natürlich extrem unmittelbar betreffen, ja, und, äh, dass das jetzt jemand ruft, ist dann die eine Sache, dass, und das ist halt aber auch genau der Punkt, ich glaube, auf den müssen wir immer wieder zurückgehen, dass halt die Tatsache ist, dass sonst sich niemand bemüßigt gefühlt hat, jetzt in diesem betreffenden Fall, also anscheinend ist das Ding sogar viermal passiert, ich werde gleich genauer, ähm, noch darauf eingehen, aber, äh, dass zumindest in diesem betreffenden Fall, äh, der jüdische Mitbürger der Einzige war, der dann auch was dagegen gesagt hat, und sich dagegen gewehrt ist, das ist genau der Punkt, wo, glaube ich, wir alle gefragt sind, und das heißt, wenn, wenn wir irgendwie das nochmal irgendwann mitbekommen, ist es ganz klar, dass im Stadion, im Querschnitt der Gesellschaft, ist ganz klar, dass, ähm, es auch Leute gibt, die eine extrem problematische Gesinnung haben, die, äh, ein falsches Bild bezüglicher anderen Menschengruppen haben, was wir als Eintracht Frankfurt per se erstmal nicht tolerieren können, klar, aber, ähm, nur weil die Mannschaft, beziehungsweise der Verein irgendwas vorgibt, heißt es nicht, dass alle automatisch danach leben, es gibt auch AfD-Menschen, äh, die immer noch zur Eintracht gehen, die selektiv gewisse Dinge ausblenden, die die Eintracht zum Beispiel gegen Rechtspopulismus und so weiter, der Tode tut, und trotzdem gehen sie hin, das gibt's immer, wahrscheinlich weniger als es früher war, aber das ist halt noch Teil der Kurve, so, oder beziehungsweise des Stadions, ähm, deswegen ist es auch klar, dass es diese Rufe gab, und die wurden ja aus verschiedenen Quellen bestätigt, ähm, und das, da müssen, wichtig ist für die Zukunft halt, dass wir alle, wenn wir sowas hören, immer aktiv dagegen gehen, und sowas nicht verstummen lassen, weil das verstummen lassen ist, glaube ich, für mich das größte Problem, dass wir den, äh, Leuten nicht zeigen, hier, das ist die Grenze, bis hierhin keinen Schritt weiter, was du gerade gesagt hast, ey, fick dich, das ist hier das Frankfurter Stadion, wir haben eine Historie, äh, dieser, dieser Club besteht eng mit Mitgliedern, die jüdische Abstammungen waren, es gehen so viele jüdische Mitbürger immer ins Stadion, viele, äh, ähm, Leute, die zum Beispiel zum Makkabee, die Teil des Makkabee-Clubs aus Frankfurt sind, der sich unglaublich integrativ einsetzt, ist auch Teil der Frankfurter Eintracht, beziehungsweise gibt's Überstattungs- Leute, die, diese Bürger müssen wir auch unterstützen, müssen die auch schützen, deswegen ist es ganz klar, dass sich immer und hart auch dagegen gestellt werden soll, wenn sowas, also solche Worte nochmal aus anderen Mündern kommen, uns unabhängig davon, dass die Person, über die ich jetzt genau gerade spreche, lustigerweise, lustig in Anführungsstrichen, aus dem Business-Bereich kam, und sich offensichtlich hier ein bisschen mehr erlaubt hat, äh, und gedacht hat, sie können mit allem davon kommen, ne, so sieht's nicht aus, umso besser, dass die Eintracht dementsprechend nicht nur ein Statement rausgehauen hat, sondern auch, ähm, darüber nachdenkt, beziehungsweise es auch, äh, umsetzt, ein Stadionverbot und so weiter und so fort, das ist das Einzige, das ist die einzig sinnvolle Konsequenz, man kann natürlich darüber nachdenken, ob es noch strafrechtliche Konsequenzen hat, aber dass im Endeffekt das gemacht wurde, ist ganz, ganz wichtig, und ich glaube, Statement sollte für uns alle sein, dass wenn wir sowas wieder hören, dass das passiert, dass wir uns dagegen wehren und das auch aktiv tun, damit wir die Leute, die das direkt betrifft mit solchen Äußerungen, damit die nicht ein schlechtes Gefühl haben, dass die sagen, denken, oh Gott, sie sind nicht mehr willkommen, weil die Einzigen, die nicht willkommen sind, sind die Leute, die sowas rufen. So, anderes, was aber trotzdem auch noch wichtig ist, dass wir gerade bei so sensiblen Sachverhalten, ja, wie sie jetzt hier erneut aufgetreten sind, das ist ja langer Zeit, mal wieder zum Glück, aber, dass man mit korrekten Fakten arbeitet, ja, und wir haben festgestellt, auch aufgrund der Recherche, die ich dann mit Kollegen des HR angestellt habe, Wolfgang Heldfleisch an dieser Stelle, ist klar geworden, dass es mehr als eine Person gab, ja, das hat man ja auch die Eintracht klar gemacht, aber im Endeffekt sind wir, wenn wir das so richtig sehen, bei vier Personen, die interessanterweise übrigens auch an unterschiedlichen Orten das gerufen haben, ja, also es war keine eine Gruppe mit vier Schwachköpfen, ja, oder mit vier Idioten, oder Antisemiten kann man sagen, wie man will, sondern es waren vier unterschiedliche, aber, und das muss man halt auch ganz klar feststellen, im Vergleich zu dem, was die jüdische Allgemeine geschrieben hat, war es auch keineswegs die Kurve, ja, und wichtig ist gerade bei solchen Sachverhalten korrekt an den Fakten zu arbeiten, denn, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir sowas aufgreifen, ja, und wenn wir merken, da passiert was, dann müssen wir genauso arbeiten, denn damit wir nicht die Leute verprellen, die eigentlich tendenziell alle auf unserer Seite sind, denn die Fankurve hat sich wiederholt, wir kennen die Historie der Fankurve, wir wissen auch, dass sie viel Gutes tun, und dann mit einem Satz, die alle zu verbremen, ah, die ganze Kurve hat das gesungen, weil ich was falsch verstanden habe, das hilft niemandem, ja, und da müssen wir ganz eng bei den Fakten arbeiten, und dann ist es so, das Lapidaraussagen, ja, die ganze Fankurve hat mitgerufen, das ist ein unvorstellbarer Akt, ja, wir leben nicht in 1988, wo ich mir sowas noch hätte vorstellen können, wir leben in 2019 in einer aufgeklärten Fankurve, wo es auch mit Sicherheit den einen oder anderen Stierhals gibt, der nicht über drei denken kann, sowas gibt es halt, whatever, ja, aber der sowas zu rufen, ja, das habe ich ehrlich gesagt in meiner Zeit auch noch nicht in der Kurve gehört, ich bin froh, dass ich es nicht gehört habe, wir haben andere problematische Sachen auch schon gehört, da sind wir auch gegen angegangen, da haben wir gesagt, so geht es nicht, aber dieses, dieser Massenruf, von der jüdischen Allgemeinen da proklamiert wurde, den gab es so nicht, das muss man halt auch festhalten, denn nur wenn man mit Fakten arbeitet, kann man gleichzeitig auch in der Wirkmächtigkeit hier was erreichen, und holt alle in sein Boot, denn mit falschen Fakten, da verbrämst du wirklich nur die Leute, die eigentlich tendenziell auf deiner Seite sind, also ich denke, wir müssen hier festhalten, es gab diese vier Personen und die müssen auch mit der vollen Härte der Möglichkeiten, die der Eintracht zur Verfügung stehen, bestraft werden, finde ich absolut wichtig und richtig, gleichzeitig ist es aber auch total relevant, immer Seite an Seite zu agieren und nicht Generalverurteilungen auszusprechen, wie gegen die Kurve, gerade wenn das nur von einem Augenzeugenbericht passiert, sind, wo man sagen muss, wahrscheinlich hat er irgendwas falsch gehört, das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann, weil von der Kurve kam nichts, aber vier Einzelpersonen, ich glaube, das müssen wir einfach festhalten, denn die Eintracht ist wirklich ein Verein, der als einer der wenigen Fußballvereine, würde ich fast sagen, noch gewisse Ideale hat, daran müssen wir uns auch messen lassen, das ist genau der Punkt, also ich glaube, es ist schon so, dass natürlich extrem viele Angreifer gibt, die der Eintracht gerade bei solchen Äußerungen, ja, nicht zur Seite stehen, die froh sind, dass sowas passiert, ich habe den ein oder anderen AfD-Politiker gesehen, der sich daran gelabt hat, dass der Eintracht jetzt, ja, dem Klub, der die AfD-Wähler verprellt, dass dir dem jetzt auch so eine klare, in Anführungsstrichen, passiert ist, genau diesen, genau das, ja, zeigt natürlich, wie doppelzüngig viele Leute sind und das kann man natürlich auch nicht gebrauchen, aber ich muss auch sagen, ich habe den einen oder anderen Tweet gelesen, der sich dann auch darüber fast gefreut hat, dass bei der Eintracht jetzt sowas passiert ist, da muss ich sagen, Leute, wer sich darüber freut, dass irgendein Mitmensch irgendwie beschimpft wird, der hat auch ziemlich einen Arsch auf, also ich muss sagen, da müssen wir auch einen anderen Weg finden, miteinander zu kommunizieren und ich glaube, es kann nur der Weg sein, gemeinsam jeglichen Extremismus hier beziehungsweise jegliche radikale Äußerungen wie Judensau und so weiter, ich will es gar nicht nochmal, ich finde das alles total absurd, ja, Beschimpfungen haben in dieser Form einfach nichts verloren und ich glaube, das ist jedem klar, aber wenn wir das nochmal hören, dann müssen wir auch dagegen angehen, ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil stumm bleiben können wir, zumindest in unserem Zuhause, sollten wir das einfach nicht tun und das Zuhause ist auch das Frankfurter Stadion, ich glaube, da gehe ich alle, ich glaube, da sind wir alle d'accord, oder? Ja, auf jeden Fall, Marvin, das ist eine sehr, sehr schöne Einordnung und Zusammenfassung der ganzen Sachverhalt, Marvin, das ist sehr, sehr cool, dass du auf jeden Fall hier die Sachen auch nochmal so einordnen konntest, zwei Fragen hätte ich noch dazu und die eine ist im Endeffekt, wie wurden denn die Leute identifiziert, weil gerade das ist ja das Problem im Endeffekt in der Kurve selbst, kann ich mir gar nicht vorstellen, selbst wenn es da Rufe gegeben hätte, wie wurden denn diese vier Personen, ja sozusagen dingfest gemacht oder deren Personalien dann kontrolliert, wie ist das dann abgelaufen? Kannst du dazu was sagen? Ich kann insofern nur dazu was sagen, dass die TV-Produktionen, also dass die Mittel, die aktuell zur Verfügung stehen, extrem krass sind, also das heißt, es stehen ja extrem viele unterschiedliche, wie sagt man, Mikrofone überall, Mikrofone kamen da sehr dialogisch, die werden ja zu den einzelnen Spielen, je nachdem, wie du das live guckst, dann dazugeschaltet, natürlich stehen dann halt auch ein paar am Block, das wissen wir ja auch, wenn wir dann immer mitbekommen, wie krass die Stimmung am Stadion ist, das bekommen wir natürlich auch durch diese Tonspuren mit, aber es gibt halt diverse Tonspuren und die wurden halt alle einzeln ausgewertet, ja, und durch die Auswertung konnte natürlich nicht nur der Platz lokalisiert werden, du hast dann dementsprechend auch ein Bild, das Bild hast du ja sowieso, also du kriegst heute alles sowieso mit guten Kameras eingefangen, also das heißt, wenn du oft in der Nase popelst, ja, was ja ständig verkauft, und ich die Pommes habe fallen lassen, ja, dann sieht man das dummerweise, ja, und also das kann man alles nachvollziehen, das kann man alles nachvollziehen und genau das hat die Eintracht auch gemacht, deswegen ist das dementsprechend gut identifiziert worden, ja. Okay, sehr gut, also heißt natürlich auf der anderen Seite, weil ich viel Kritik da gehört habe, warum wird das im Endeffekt die Techniken, die da jetzt waren oder der Aufwand nicht benutzt, um die Straftäter in Anführungszeichen, wir wissen ja immer, wie es heißt, die Pyrotechnik einsetzen und so weiter zu identifizieren, wenn es hier so einfach ist und das so schnell geht, das war einfach, weil es auch identifizierbare Leute auf speziellen Plätzen waren, die sich auch nicht groß wahrscheinlich wegbewegt haben und im Endeffekt sich ihrer Sache sicher waren, oder? Und das ist genau diese Perversität, schön, dass du das nochmal ansprichst, das müssen wir ganz klar kommunizieren, im Laufe dieser letzten Jahre hat sich natürlich in gewisser Weise in der Gesellschaft, wir haben über den Rechtstrall in den letzten Jahren schon öfter mal gesprochen, ja, es gab eine Bewegung, die weg vom, ja, das Unsagbare hin zum Sagbaren manövriert hat und da fühlen sich auch Leute immer sicherer, die ein Problem mit jüdischen Menschen haben, ja, und genau deswegen, die haben ihr Gesicht gezeigt, ja, und deswegen ist es umso klarer, dass die Leute, auch wenn sie ihr Gesicht hier gezeigt haben, für solche unfassbaren Aussagen, auch im Endeffekt, mit den Mitteln, die der Frankfurter Eintracht zur Verfügung stehen, auch irgendwo bestraft werden, finde ich ehrlich gesagt in Ordnung, dass Pyrotechnik Menschen, der nicht im gleichen Maße bestraft werden, ist für mich, führt den Sachverhalt wieder weg, da muss man dann auch überlegen, was ist konkret strafrechtlich irgendwie relevant, ich glaube da, das ist eine andere Diskussion, ich finde grundsätzlich, müsste man sowieso darüber auch mal nachdenken, wie krass es eigentlich mittlerweile ist, wie viele Kameras es dann gibt, das ist aber ein anderer Punkt, der führt uns wahrscheinlich eher in eine piratige Diskussion, die können wir an anderer Stelle machen. Ne, sehr gut, okay, hat mich nur noch mal interessiert. Die zweite Frage ging so ein bisschen darum, hattest du denn das Gefühl, du hast es vorhin ja angesprochen, verschiedene Gruppierungen nutzen, diese, ja, ich nenne es jetzt mal, Fehlinformationen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die ganze Kurve hat das gebrüllt und man hat ja teilweise es auch im Fernsehen oder Leute, es kennen eben viele auch andere Leute, die mit dem Stadion waren, dann wird gesagt, ja, hast du das auch gehört? Nee, das heißt, ist das so in deinen Augen gefährliches Wasser auf die Mühlen der Rechten auch, die dann sagen können, ja, die Zeitung, hier die Presse, das war eh wieder hier alles gelogen und gerade hier, du hast glaube ich, ich weiß nicht, welche Zeitung es war, die dann im Endeffekt da auch noch mal drauf eingegangen ist mit die ganze Kurve, hat das gebrüllt. Ich finde das immer super gefährlich, weil das gerade dieses, der Ausdruck Fake News etc. kennen wir ja alle, aber dieses gerade, denke ich, dass Rechte oder Gruppierungen, die wir im Endeffekt als äußerst rechts und problematisch sehen, sowas natürlich super ausnutzen, um zu sagen, da stimmt eh alles nicht, was da geschrieben wird, macht sicherlich den Medien zum einen zu schaffen, auf der anderen Seite, aber natürlich auch der Sache ein großes Problem. Meinst du, diese Situation hilft dann gerade auch so eher den Rechten, als dass es im Endeffekt dazu führt, dass eine Sensibilisierung für das Thema Judensau-Rausrufe usw. geschärft wird? Also es gibt sogar, nee, also das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, denn die Allianzen, die versucht werden von rechts zu schmieden, sind ja gerade Anschmiegungs- und Annäherungsversuche an die jüdische Community in der letzten Zeit. Also nur mal eine kleine Einordnung, in Offenbach wurde der erste jüdische AfD-Verbund gegründet. Und wie viele jüdische Mitbürger da wirklich drin sind, ich glaube, da sind nur zwei oder drei drin. Und Verirrte gibt es ja immer, es gibt auch Homosexuelle, die in der AfD sind. Wenn die wüssten, wessen Geistes Kind sie da irgendwie anheimgefallen sind, dann würden sie sich auch an den Kopf stoßen. Oder wir haben ja in den letzten Wahlen ja auch mitbekommen, wie viele die AfD gewählt haben. Wenn die wüssten, also die sozial Schwachen, was die AfD mit denen vorhat, dann würden sie das normalerweise auch nicht wählen. Aber die AfD versucht, in diesem bürgerlichen Lager da zu fischen und diese Allianzen zu bilden. Ich bin zum Glück relativ froh, dass relativ wenige jüdische Bürger darauf reinfallen. Insofern haben sie genau diese Presse eher dazu genutzt, um der Eintracht als absolutes Feindbild anzupinkeln. Denn die AfD hat ein ganz klares Feindbild, das sind in den letzten Jahren nach den Fischer-Aussagen deutlich geworden. Ein ganz klares Feindbild gegen die Eintracht, und speziell natürlich auch Fischer, hat es immer wieder versucht, in den sozialen Netzen auch so auszuschlachten. Es gab auch Versuche, in seinen persönlichen Bereich zu gehen, wo sein Sohn mal angegriffen wurde und so weiter. Da kann man nur froh sein, dass das nicht noch weiter ging. Also die Eintracht wird hier als ziemliches AfD-Feindbild gesehen, weil sie halt einfach keinen Bock auf AfD-Mitglieder hat. Und auf Rechte logischerweise auch nicht. Also ich glaube, dass das eher gefährlich ist. Und wir müssen grundsätzlich einfach, generell, alle Medien müssen mit den Fakten arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch die jüdische Allgemeine, die ein bisschen lockeren Schreibstil hat. Aber die zähle ich auch zu einem seriösen Medium dazu. Und für die ist es auch ganz, ganz wichtig, nur auf Fakten basiert genau die Meldung zu machen, die sie betreffen. Denn nur so können wir Dinge besser machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Darüber müssen wir alle sprechen. Ob das dann im Endeffekt für die eine oder andere Seite ausgeschlachtet wird, es kann auch extrem, es kann auch theoretisch sein, dass es irgendwelche Palästinenser, was weiß ich, Fanatics gibt, die sagen, ja, guck dir an, was da wieder passiert. Und die schreiben nur so einen Quatsch, weil die irgendwas dagegen haben. Also ich meine, das kann immer passieren. Aber ich glaube, wir sollten uns gar nicht auf solche absoluten Lagerkämpfe einlassen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft, weil wir, ich glaube, der Eintracht ist an der pluralistischen Vereine, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen und dass wir jedwedem Hass überhaupt gar keinen Raum lassen. Ich glaube, da tun wir gut dran, wenn jeder so seinen Schöpfchen dazu tut und wenn der problematische, extrem problematische Äußerungen dann auch mitbekommt, dass wir dann irgendwie auch im Persönlichen einfach dagegen einschreiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir alle tun können. Ich glaube, dass solche Media-Outlets, die dann irgendwelche Augenzeugen berichten, so ein bisschen überdramatisieren, das ist jetzt auch nicht eine Tagesordnung. Und ich, da gehe ich einfach von aus. Okay. Ich hoffe, ich konnte deine Frage einigermaßen beantworten. Ja, 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 ja. Ja, perfekt, perfekt, alles prima. Also, wie gesagt, die Einordnung ist gerade in den letzten Jahren extrem diffizil geworden, weil es nicht mehr diese Lage in dem Sinne gibt, dass alle, alle, ja, extremen Rechtsgesinnten konsequent, also gerade so von den neuen Rechten, extrem jüdisches Feindbild haben. Das haben sie auch, aber eher durch, durch antisemitische Codes. Wir haben viel über Soros in den letzten Jahren mitbekommen, der ein Feindbild war, aber auch mit verschiedenen anderen Einleihen, weil er ja natürlich auch jemand war, der viel Geld verdient hat und so weiter und so fort. Da kommen eher antisemitische Codes, Verschwörungstheorien und so weiter, kommen da zum Tragen. Aber es ist nicht mehr der plumpe, nicht immer wieder der plumpe, rechtsextremistische Judenhass, wie er früher mal war. Also da, das ist halt alles ein bisschen verschwommener geworden, aber da ist es natürlich auch an uns, ganz klaren Blick zu behalten, damit wir genau sehen, was da eigentlich jetzt Sache ist. Perfekt. Okay, jetzt habe ich euch voll gelabert in den paar Minuten. Nee, vielen Dank für die Einordnung. Ja. Da noch mal gerade drauf zu bringen. Ja, wir bleiben da auch in Zukunft immer weiter dran. Das ist ganz wichtig, weil, weißt du, es gibt auch viele muslimische Mitbürger, die mal blöd angemacht werden und so weiter und so fort. Zum Glück können wir sagen, dass es das Einod, ja, nee, nicht das Einod, aber die Oase Frankfurt immer noch einigermaßen vorherrschen ist. Bei uns passiert sowas relativ selten. Wir haben eine wunderbare Vergangenheitsarbeit mit dem Historischen Museum, ach Mann, nicht historisch, das bin ich schon ein bisschen müde, mit dem Eintracht-Museum gemacht, wo Matze Thoma einer derjenigen war, die wirklich eine super Erinnerungsarbeit geleistet haben. Ich habe mich jetzt gerade mit dem Vertreter, Antisemitismusbeauftragten der Bundesrepublik unterhalten. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie toll das alles ist, dass auch so viel aktive Arbeit gemacht wurde und ich glaube, wir müssen eine positive Message einfach senden. Wir müssen es alles ernst nehmen, aber gleichzeitig müssen wir auch sehen, wie gut jüdisches Leben in Frankfurt integriert ist, auch bei der Eintracht, immer einen Platz hat, der auch Ursprung der Frankfurter Eintracht ist. Und wenn wir das viel eher, nicht nur die negativen Nachrichten, sondern auch die positiven Nachrichten transportieren, wie froh ich da auch bin, denn ich war letztens im 41er, da habe ich mit vielen von Maccabi gesprochen, die da sitzen. Das ist eine schöne Sache und das zeichnet Frankfurt aus, deswegen passiert hier relativ wenig und ich glaube, egal, schwarz, weiß, muslimisch, jüdischen Glaubens, wie auch immer, Bier trinken als heilige Religion, da sind wir alle vereint und dann haben wir ein bisschen Spaß und wir müssen halt sehen, dass unsere Mitmenschen einfach alle geschützt werden und ich glaube, das ist ganz wichtig. So sieht's aus. So sieht's aus. Genau, wollte ich auch gerade sagen, hervorragend. Okay, meine Lieben, ich verabschiede mich auch wieder. Nächste Woche mit ordentlicher Technik und dann hören wir uns wieder. Dann habe ich auch wieder Ende. Ja, Marvin, vielen Dank auf jeden Fall. Danke dir, Marvin, dir noch einen hoffentlich kurzen Arbeitstag und einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, Marvin. Danke. So, dann machen wir hier weiter im Programm. Nach dieser wunderbaren Einordnung von Marvin können wir, glaube ich, das Rückspiel Straßburg abhaken und können uns dem widmen, was dann am Freitag passiert ist. Da war nämlich die Auslosung der Gruppenphase, die ich leider nicht live verfolgen konnte, was mich sehr geärgert hat, aber die Gegner, die wir bekommen haben, sind machbar und gut. Wir sind in einer Gruppe mit Arsenal, Lüttich und wie spricht man das aus? Guimaris? Guimaris, ja, ich kann es dir auch nicht genau sagen, wie man es ausspricht. Der alte Portugiese, der alte Porto, Porto, Spanier, was auch immer. Ja, also. Nee, schwierig, ja. Also ich muss wirklich sagen, Arsenal eigentlich nicht. Also Arsenal ist noch so ein bisschen, war schon ein Pfund. Also als das kam, habe ich erst mal gedacht, hui, Lüttich. Also es war ja im Endeffekt, ich konnte es zum Glück tatsächlich live verfolgen und ja, dementsprechend, es gibt natürlich hier andere Gruppen, die entweder es schwerer hatten, eine Gruppe, ein anderer deutscher Vertreter, hat natürlich da die Larifari-Gruppe erwischt. Aber es ist natürlich was Schönes, es ist hier geil zu fahren. Es ist ein geiler Auswärtsplan. Es sind geile Gegner eigentlich. Also sag mal, Lüttich ist ja quasi, ist ja quasi vor der Tür. Ja, also da kannst du ja fast hinlaufen. Zwei Stunden 17 mit dem Zug direkt ab Frankfurt. Ja, also was Besseres kann doch nicht passieren. Da werden wahrscheinlich drei Sonderzüge geschartert und dann geht es da hin. Arsenal ist jetzt eigentlich auch London. Kommst du hier mit dem, was ist das? Alles Billigflieger und so weiter. Ja, aber hier auch dieser Euro City, wie es die Kölner im letzten Jahr gemacht haben, über Brüste. Stimmt. Kannst du ja auch fahren. Ja, richtig. Richtig. Gut, ist ja so ein bisschen die Frage, das war ja wohl damals, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, in Arsenal mit irgendwie den Zuwegen zum Stadion, die irgendwie sehr eng waren, jetzt auch nicht so optimal. Ja, aber trotzdem ist halt einfach... Was bei den anderen beiden Stadien eher das Problem ist, ist auch die Kapazität der Stadien. Es ist wieder, die Leute haben richtig Bock, es ist Gruppenphase, du hast ja schon gesehen, was für ein Wahnsinn das teilweise war, wie die Leute in der Vorrunde und Qualifikation hier gereist sind. Jetzt bist du hier und dann hat Lüttich eine Kapazität von 30.000 und ist auch selbst noch, zumindest so, was ich so bisher gehört habe, ja, relativ interessierte Fans, auch für die Euroleague-Phase, das heißt, wird nicht so viel in den freien Verkauf oder besser gesagt überhaupt in den Verkauf gehen. Ja. Heißt natürlich für die begeisterten Frankfurter Reisefans, könnte mit den Tickets einfach schwierig werden. Dort über die Eintracht, glaube ich, generell schwierig vor Ort. Irgendwie kommt man immer dran, der Preis wird es am Ende dann halt ausmachen. Da hast du mit Arsenal natürlich ein ordentliches Stadion. Da hast du mit Arsenal ein ordentliches Stadion. Du hast da eigentlich auch, du fängst ja quasi auch gegen Arsenal an, am 19. hinten. Genau. Das heißt, du hast ja quasi den Brocken dann auch erst mal weg. Ja. Ist halt auch irgendwie geil. Und ich finde halt auch Arsenal als Gegner jetzt, ja, die sind, die sind schon gut, aber sie sind jetzt halt auch nicht die Übermannschaft schlechthin. Ja. Also die kannst du an einem guten Tag halt auch gut knacken. Musst halt so ein bisschen aufpassen. Ja, mit Freund Obermeergen sind die natürlich auch flott. Aber ist halt einfach auch geil. Also wir sind uns einig, dass wir hoffentlich, wenn alles normal läuft mit Arsenal, um den Gruppensieg spielen. Und dementsprechend müssen wir da einfach gucken, dass wir da die Leistung abrufen. Das Schöne ist ja, und das muss man wirklich sagen, dass diese ganzen Verpflichtungen, dass jetzt zum Glück nochmal diese Länderspielpause ist, die Mannschaft sich ein bisschen finden kann, gerade auch mit Silva, Bastos, dass das noch ein bisschen besser da vorne funktioniert. Eigentlich alles, was wir ja die letzten Wochen bemängelt haben, dass eben ja vorne so ein bisschen die Kreativität fehlt, es fehlt die Effizienz im Abschluss und so weiter, ist alles, was du jetzt in den nächsten zwei Wochen unbedingt eben nochmal trainieren musst, dass das eben auch dann gerade bei diesem ersten wichtigen Spiel Arsenal auf direkt voll eingebracht werden kann. Weil ich denke schon, dass sich damit entscheidet, Ja, es ist eins der wichtigsten Spiele, finde ich, weil du im Endeffekt, klar, die anderen Spiele musst du gewinnen, das ist meiner Meinung nach gerade ... Da wird kein Weg dann vorbei. Genau. Also Arsenal, musst du einfach gucken, dass du da im ersten Spiel schon gut aussiehst, und dann ist das eine feine Sache. Bei den anderen Sachen, es sind tolle, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die Leute haben richtig Lust, das ist doch super, das, ich habe jetzt schon gehört, oh, da haben wieder welche sich beschwert, ach, jetzt haben wir schon wieder London, das hatten wir doch erst, wir waren doch erst vor kurzem in London, ja, denke ich mir, Leute, was seid ihr für verwöhnte Verrückte, fängt das hier schon an, wenn wir mal im zweiten Jahr in Folge international spielen, dass ihr euch beschwert, dass wir zweimal nach London fahren dürfen. Da sind aber auch acht Vereine in London, aber was willst du denn machen, wenn du nach England fährst, musst du ja quasi nach London, die anderen sind ja nicht da. Im Chat wird übrigens gerade noch angemerkt, so nach dem Motto, mal gucken, wie das dann im November wird, wenn das Spiel in London ist, weil aktuell steht ja immer noch am 31.10. das Datum mit dem Brexit vor der Tür, auch wenn ich gerade eben gelesen habe, dass das britische Unterhaus sich kategorisch mal wieder gegen einen No-Deal-Brexit ausgesprochen hat, aber wenn die Affen da auf der Insel nicht langsam was machen, dann wird es halt auch schwierig. Da wird es schwieriger. Aber könnte natürlich auch noch mal so ein zusätzliches Ding sein mit hier Grenzkontrollen, dies, das, also wird spannend. Das wird spannend, ja. Wann ist denn das Spiel in London? Da muss ich gerade eben nachgucken. Also am 9.10. ist das zu Hause. Dann spielen wir gegen die, sag schon, dann spielen wir in Portugal hier gegen die Guimares, Guimares, die aktuell auf Platz 15, also Relegationsplatz stehen. Dann spielen wir zu Hause gegen Lüttich. Dann spielen wir am 7. auswärts gegen Lüttich am 7.11. Und dann am 28.11. am 5. Spieltag der Gruppenphase spielen wir in London. Na, da haben wir doch noch ein bisschen Zeit, um uns darum auch zu kümmern, da ein schönes Visum zu bekommen, falls es so sein sollte. Genau. Und dann am 12.12. spielen wir zu Hause. Abschluss der Gruppenphase. Genau. Und dann wissen wir, wie es da ist. Aber wenn man sich das so rein anguckt auf dem Papier. Warst du zufrieden mit der Auslosung? Bin ich da eigentlich ganz mit zufrieden. Ja, also es ist jetzt keine Killergruppe. Es ist schon eine, wo du dich anstrecken, also wo du dich schon ein bisschen anstrecken musst. Die sind jetzt ja auch nicht alle da drin, weil es totale, wie sagt Basti, immer Bratwurstvereine sind. Die haben es ja schon irgendwie da geschafft, auch wenn die portugiesische Liga nicht die stärkste ist. Aber trotzdem muss man das ja auch irgendwie mal schaffen, in die Qualifikationen zu kommen und dann da in die Euro, in die Gruppenphase. Das ist schon Currywurst, ja. Also da ist schon ein bisschen, genau, da ist schon ein bisschen Bums bei. Aber ja, ich meine, wenn ich mir so die anderen Gruppen hier angucke, was war die andere, die ich da gerade eben hatte, hier mit, wo war denn meine Lieblingsgruppe gerade eben? Jetzt habe ich so weit geklickt, dass ich wieder so weit zurück muss. Ich kann dir leider nicht sagen, was deine Lieblingsgruppe war. Bern, Rangers, Porto, Fennort. Das ist halt schon so eine Nummer, wo du sagst, okay, da haben sie halt auch alles reingepackt, was irgendwie Rang und Namen hat. Ja, es ist auf jeden Fall. Also die ist, also wenn du in so eine kommst, wo du sagst, okay, da sind drei dabei, wo du halt schon irgendwie dich ordentlich strecken musst. Ja, das ist dann halt auch nochmal eine andere Geschichte. Von daher war ich mit der Auslosung da schon sehr zufrieden. Und zumal, wie du schon sagst, es ist halt einfach auch reisetechnisch, es ist halt extrem gut für uns. Du kommst halt überall irgendwie geil hin. Ja, die bringen vielleicht dann auch einiges an Fans irgendwie mit. Also gerade aus Arsenal wird der eine oder andere kommen. Nee, bin ich voll bei dir. Also gerade, wo ich ja froh war und wo auch viele ja gesagt haben, ah, wenn es geht, nicht hier wieder Russland oder Ostukraine, oder Ukraine generell sind wir ja schon mal drum herum gekommen. Das ist im Endeffekt ja doch reisefreundlich. Und ja, im Endeffekt auch von den Mannschaften her, du sagst, du hättest viel, viel schlimmer treffen können. So eine Larifari-Gruppe wie Wolfsburg, ob du das willst, keine Ahnung. Muss man immer, muss man immer gucken. Also es ist schon auf jeden Fall von unserer Seite aus Potenzial da, diese Gruppe gut zu überstehen. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Und dazu hast du noch nicht die unattraktivsten Fahrten, unattraktivsten Gegner. Also ich war auch sehr, sehr zufrieden und muss wirklich sagen, ich freue mich drauf. 19. geht's rund. Geht's rund. Das ist schon in zwei Wochen, meine Damen und meine Herren, das ist jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig lang. Es kribbeln fängt an. In den Fingern. Das kribbeln fängt an. Das kribbeln fängt an. Ist es denn nicht eigentlich schon da gewesen? Man muss doch wirklich sagen, gerade dieses Straßburg-Spiel hat für mich, war wie ein Auslöser nochmal. Wo du auch sehen hast, im Hinspiel war es schon, es ist schon wieder diese Atmosphäre ist da. Dann hast du es natürlich nicht wirklich auf den Platz gebracht. Und dann kam dieses Rückspiel und hat so richtig ein Feuer entfacht wieder. So richtig, oh wie geil, diese Nächte. Das ist doch genau das, für was wir alle zum Fußball gehen oder uns den Fußball im Fernsehen anschauen und im Endeffekt für die Eintracht fiebern. Das war doch wirklich einfach mal wieder wie gemalt. Für so einen, das war mit allen Höhen und Tiefen diese Situation. Und natürlich will ich hier niemanden in Schutz nehmen, der irgendwie da irgendwas reingebrüllt hat, was dann auch noch eventuell wirklich dann diesen Straftatbestand hier erfüllt. Auf der anderen Seite die Leute, du hast richtig gemerkt, wie nervös jeder war. Jeder war total aufgebracht. Jeder hat im Endeffekt nach Fassungen gerungen, als diese rote Karte kam. Und ich glaube, dass da viele im Endeffekt Sachen gesagt haben, die nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, die es nicht gesagt hätten, wenn sie weniger emotional gewesen wären. Die sind einfach alle explodiert. Auch bei uns da im Blog hast du einfach gemerkt, die Leute waren alle, oh Gott, und da wird ein Adrenalin, es war wieder zu riechen, die Luft war zu schneiden. Es war richtig, das ist ja eigentlich das, was dann auch gerade im Stadion mal so rüberkommt, wo du richtig merkst, boah, warum bin ich denn hier auf einmal auf 180? Bin eigentlich ja eher ein ruhiger Vertreter. Und hier hätte ich gerade einen Zaun hochgehen können. Das ist im Endeffekt natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass sich das alles hoch, ja, aufbauscht, alle gegenseitig sich da anspringen. Und oh Gott, was ist da passiert? Dann wird da noch gelesen im Handy, dann, ah, es war auf keinen Fall eine rote Karte. Also ich muss sagen, das war so richtig, richtig, richtig krass, wie du gesehen hast, dieser Fußball und gerade auch diese Euroleague-Saison hat für mich da wieder so richtig, richtig angefangen. Das war richtig, richtig cool, das ist das, was wir ins Stadion oder auch zu Hause aus gucken, dass wir eben diese Emotionen, diese, ja, im Endeffekt am Ende noch mit einem Happy End da rausgehen, was gibt's Schöneres? Das war eigentlich ein perfekt gemalter Abend. Und das hoffe ich mir auch von den nächsten Spielen jetzt. Deshalb, ich muss sagen, das war für mich diese Auslosung, war natürlich dann nochmal was, wo ich gesagt habe, wow, da sind ja wieder Spiele dabei, die können, kannst du entscheiden, knappe Spiele. London, du sagst es, René, das wird knapp werden, das wird Kampf sein, das ist, wenn du gut drauf bist, gewinnst du da auch und ziehst da die Punkte raus. Stell dir vor, wir spielen wieder eine perfekte Runde, dann machen wir aus drei, aus sechs Spielen wieder volle Punktzahl. Das ist, das ist doch wirklich, wirklich geil. Also, es ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin total geflasht, ich muss wirklich sagen, das Spiel gegen Straßburg, vorher hatte ich ein bisschen Durchhänger gehabt, wo ich gesagt habe, ach, ja, mal gucken, ich bin noch nicht so richtig entfacht und mal schauen. Und klar, dann auch noch das blöde Spiel gegen Leipzig, was ja noch zwischendrin war. Das war natürlich dann so ein richtiger Tiefpunkt, dann die Situation mit Rebic, die, ah, was machen wir denn da, wie ist denn das jetzt mit den Spielern, wer kommt, wer geht, kommt da überhaupt noch einer, was machen die denn da? Und jetzt in dieser Woche ist das wirklich so was, wir können doch ganz entspannt an die Sache rangehen. Wir haben wirklich einen super Kader. Wir haben mittlerweile vorne auch, wie der gerade, was auch vorhin ja der Kollege erzählt hat, wie Silva uns helfen kann, wenn das nur die Hälfte davon passt und er seine Leistung einigermaßen abrufen kann. Genial, geil, finde ich super. Können wir auf jeden Fall auch das ein oder andere Spiel wieder ganz entspannt angehen. Dann kannst du auch mal wieder mehr Tore schießen, nicht diese 1-0-gegurke und hoffst, dass du im Endeffekt hinten keinen fängst, sondern wenn vorne die Stürmer treffen, kann auch die Abwehrmann ein bisschen zittern. Alles gut, finde ich geil. Also muss ich wirklich sagen, René, ich freue mich drauf und ich weiß nicht, bist du auch mal im Stadion in der Gruppenphase oder passt das dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht? Ich bin noch am klären, wie das terminlich aussieht. Man hat mir eine Karte für ein Spiel angeboten. Ich muss mal gucken, ob ich das terminlich irgendwie unterkriege. Das will ich dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, wäre ja cool. Auf jeden Fall. Sag auf jeden Fall Bescheid. Und passend gekleidet bin ich auch schon. Damit komme ich zu meiner Frage an dich. Hast du dir ein Euroleague-Trikot bestellt? Tatsächlich nein. Tatsächlich nein. Ei, 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 ei. Du hast dir eins bestellt tatsächlich. Ich habe bestellt. Ich habe bestellt. Wir haben quasi eine Familienbestellung am Wochenende, nachdem es ja dann geleakt wurde. Und ich fand es einfach extrem geil vom Design. Musste ich direkt zuschlagen. Und wir haben familientechnisch bestellt. Der Junior wollte jetzt kein Euroleague-Trikot, sondern hat sich für ein, also nicht das schwarze, sondern hat sich für ein normales Heimtrikot entschieden. Aber wir haben zugeschlagen. Und ich habe auch tatsächlich, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, das erste Mal tatsächlich ein Trikot mit Flock gekauft. Das hatte ich bislang nie, aber diesmal musste ich einfach zuschlagen. Wer ist auf dem Rücken gelandet? Team Kostic natürlich. Ah, okay. Also da führte jetzt auch kein Regenbrand vorbei. Dieses Statement an dieser Stelle musste sein. Grüße an Basti und Sabrina an dieser Stelle. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall. Also sehr gute Wahl, muss ich wirklich sagen. Und ja, Drikot sieht auf jeden Fall gut aus. Gibt es das denn eigentlich nur für einen gewissen Zeitraum jetzt? Oder gibt es das noch? Da war ich mir jetzt nicht sicher. Ich war so ein bisschen, so ein bisschen schisserisch. und habe gesagt von wegen, es ist vollkommen egal, wie hier ist. Wir bestellen jetzt direkt, weil ich tatsächlich ernsthaft so ein bisschen Angst habe, dass das wieder so ausgeht nach dem Motto, zu viele Vorbestellungen und sie kriegen es irgendwie produktionstechnisch nicht hin. Oder wenn einmal jetzt die erste Charge durch ist, dann gibt es keine mehr. Also von daher habe ich direkt zugeschlagen. Da war jetzt kein Weg dran vorbei. Dennis, wenn du redest, musst du dich jetzt wieder erst entstummen, sonst funktioniert das. Hallo, hallo, hallo. Ja, hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Ja, 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 sorry. Ist heute hier Technisch-Tag? Heute ist wirklich Mittwoch, Mittwoch gleich Antitechnik-Tag, genau. Zumindest bei uns. Nein, ich wollte nur sagen, klingt auf jeden Fall prima und ein neues Trikot könnte ich auch mal gebrauchen dementsprechend. Vielleicht, vielleicht komme ich ja noch dazu. Dann haben wir natürlich auch eine Frage geschickt bekommen für das Thema der Gruppenphase, nämlich bezogen auf den Kader. Die Eintracht hat ja jetzt auch offiziell ihren Kader für die Gruppenphase nominiert. Und aufgrund von diesen ganzen Euroleague-Regularien, die ja besagen, dass wenn du, ich glaube, die Maximalzahl von 25 Profis nominieren willst, dann brauchst du höchstens so viel im Ausland Ausgebildete, mindestens so viel im eigenen Verband, also in der Liga Ausgebildeten und du brauchst mindestens vier in der eigenen Mannschaft Ausgebildeten. Und die müssen dafür im Alter von, ich glaube, bis 23 oder 24, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, mindestens drei Jahre für den Verein gespielt haben, damit sie quasi in diese Regel reinfallen. Und das hat jetzt am Ende natürlich so ein bisschen dazu geführt, dass jetzt der ein oder andere auf die Liste musste, damit wir quasi diesen, diesen Platz erfüllen. Deswegen ist unter anderem halt Marco Russ, glaube ich, auch einfach mit dabei, der zwar verletzt ist, aber quasi das erfüllt und dafür ist dann unter anderem so ein Spieler wie Thoreau jetzt übrig und ist nicht mit im Kader. Ist schon verrückt. Was eigentlich ja verrückt ist, der ja gerade auch, und das war ja auch das, was uns nochmal geschrieben wurde und was ich auch so ein Stück weit nachvollziehen kann, der ja einfach in der Vorbereitung halt auch so ein bisschen zu den Matchwintern einfach gehörte und den jetzt da an dieser Stelle nicht mitzunehmen. Also da sind wir halt auch so ein bisschen, ja. Ja, es ist super schwierig. Es ist natürlich blöd, dass du nur drei Spieler hast, die eigentlich jetzt in Frankfurt, deshalb kannst du ja im Endeffekt da auch nicht weiter auffüllen. Was mich aber auch wundert, ist, dass wir nicht mal jemanden irgendwie in der, ja, ich weiß nicht, wie das mit dieser, mit der letzten Regelung, die du genannt hattest, mit diesen mindestens drei oder vier Jahre, keine Ahnung, hier gespielt haben muss. Ich hätte dann doch wenigstens jemanden, der anstrebende Amateur, der mal einen Profivertrag irgendwie bekommen hat und so weiter, dass wir da gar nichts haben, macht mir tatsächlich ein bisschen Angst. Also, dass du lieber dann sagst, okay, wir nehmen jetzt noch Marco Russ rein, damit wir überhaupt diese 24 Spieler machen können und den 25. Spieler, den lassen wir komplett einfach wegfallen. Das ist ja schon verrückt, dass du nur mit 24 Spielern im Endeffekt einen 25-Spielerkader befüllst, weil du im Endeffekt diese Regularien nicht einhalten kannst, ist schon wirklich seltsam. Also, ich muss sagen, es hat mich ein bisschen geschockt, gerade auch, wie du sagst, dass dann halt auch wir mittlerweile so arrogant sind, muss man ja dazu sagen, oder so arrogant sein können, zu sagen, wir haben uns leider nicht früh genug gekümmert, jetzt müssen wir halt auf Toro verzichten, naja, nicht schlimm. der Gußmann auch jemand, der auf jeden Fall Qualität hat, den rauszuwerfen, rauskegeln zu lassen, ist schon krass. Also, ich muss wirklich sagen, das zeigt natürlich die Qualität und die Breite, die wir mittlerweile auch in diesem Frankfurter Kader haben. Ja, gerade halt im Mittelfeld sind wir halt auch einfach schon sehr stark besetzt. Das sind wir gut aufgestellt, auf jeden Fall. Da würde ich mir jetzt auch als Trainer, würde ich mich da echt schwer tun, da denjenigen auszuwählen, der da zu Hause bleiben muss, weil da sind halt auch viele, die sehr dicht beieinander sind, was einfach so das Können angeht. Ja, auf jeden Fall, klar, bin ich voll bei dir. Also, es ist ja gerade, wenn du dir anschaust, was wir jetzt neu verpflichtet haben, dann bist du hier vorne schon mal gedeckelt mit Dost und Silber, die ja auf jeden Fall unsere Heilsbringer hoffentlich im Sturm sozusagen sind, dementsprechend Plätze besetzt. So ist wieder fit, wird auf jeden Fall jetzt wieder langsam zurückkommen, gesetzt, auf jeden Fall dann ein Chor, wenn du dir anguckst, wie viele Spiele der jetzt gemacht hat, eine Rode, der auf jeden Fall da im Mittelfeld was machen muss, dann bist du ja schon wieder bei den Kandidaten. Kamada spielt, hast du gerade vorhin selbst angesprochen, super Vorbereitung zum 3-0, dann merkst du einfach, der ist richtig gut zurückgekommen und bringt uns sehr viel weiter. In Garcinovic ist da fast jemand, wo du sagen könntest, aber auf der Position fehlt uns sonst wieder jemand. Da hast du im Endeffekt mit Toro fliegt raus, weil er im Endeffekt eine stärker besetzte Position innehat, mit der wirklich typischen 6 und nicht dieser 8, die eben Garcinovic dann erfüllt. Ein Fernandes, der eben diese Erfahrung mitbringt, der eben, ja, auch für die Stimmung in der Mannschaft extrem wichtig zu sein scheint, spielt natürlich dann auch da. Dann hast du ja im Endeffekt noch die zwei Außenspieler mit, hier da Costa und Kostic, die du ja auch eher, die meistens ja auch im Mittelfeld da rumtouren. Also, das ist schon, ist schon wirklich eine schwierige Situation für Toro und Deguzman. Auf der anderen Seite, wie du richtig schon gesagt hast, ich hätte mir hier auch jetzt sehr, sehr, sehr schwer getan, jemand anderen draußen zu lassen. Den einzigen, wo ich dir noch gesagt hätte, ja, vielleicht brauchen wir den nicht in dem Kader, ist Fayette und dafür einen Toro mitgenommen. Auf der anderen Seite, du siehst ja, wie oft wir die Problematik in der Innenverteidigung hatten, wo wir gesagt haben, ach du je, jetzt fehlt uns wieder ein Verteidiger hinten. Dafür sind wir einfach deutlich besser besetzt im Mittelfeld. Da willst du halt vielleicht auch wirklich einfach mal noch einen auf der Bank haben, um im Zweifelsfall, wenn es halt irgendwie gegen Arsenal irgendwie hier Spitz auf Knopf ist, auch einfach mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen aus dem Mittelfeld raus oder aus dem Sturm und stelle halt mal noch irgendwie einen Verteidiger da hinten rein. Ja. Ja. Wir haben es ja gerade. Abraham und Hasebe, wer weiß, wie fit sie sind, wie lange die hier gut mitspielen können. Ja, aber wenn sie fit sind, sind sie halt auch nach wie vor super wichtig. Also das hat sich ja jetzt in den ersten Spielen einfach auch gezeigt und das hat sich ja auch in dem, in den Düsteldorf-Spiel gezeigt, wo wir gleich nochmal drüber sprechen. So einen Abraham, den brauchst du halt einfach auch und so einen Hasebe. Die haben halt einfach eine riesige Erfahrung. Die können Dinge irgendwie ganz anders einschätzen. Abraham ist halt auch durchaus schnell als Abwehrspieler da hinten drin. Also das brauchst du halt einfach, ja. Und du brauchst aber auch so ein Palett. Du hast ja im letzten Jahr in der Euroleague auch gesehen, dass der Kerl dann sich da auch einfach mal extrem steigern kann und dann halt auch, ich will jetzt nicht sagen, bei Leichen gehen, weil das klingt dann wieder so martialisch, aber halt auch einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste halt auch mal in so einen Zweikampf reingeht, genauso wie in Hinteregger auch. auch da hätte ich mich jetzt echt schwer getan, da jetzt einfach einen irgendwie von denen rauszulassen für einen Toro da an der Stelle. Also es ist schwierig, was den Kader angeht. Im Chat wurde gerade eben noch angemerkt und das hatte ich gelesen, aber auch schon wieder vergessen, dass die ja die ganzen U21-Spieler nichts bringen, weil die kommen nicht auf die A-Liste, sondern die kommen nur auf diese sogenannte B-Liste. Also das wird nicht aufgerechnet. Da hast du dann wieder quasi eine zweite Liste, die dann da mit denen gefüllt wird. Okay, das heißt also, ich hätte, aber ich hätte doch einen U21-Spieler hier spielen lassen können, oder nicht? Ja, kannst du, aber die Regularien für diese... Es bringt zwar da nichts von wegen, dass ich dann noch einen vierten, sozusagen 25. externen Ausländer oder wie auch immer diese Regelung da ist, dass er eben nicht hier ausgebildet ist und sowas, das zwar nicht, aber für mich war eher verbunden... Achso, du meinst, dass du noch den Platz... Als 25. Mann, weil du lässt jetzt einfach einen Platz frei, das finde ich sinnlos. Das Regularien, das stimmt, in der Hinsicht hätte es jetzt nichts gebracht, da hätte es ja auch wieder sagen müssen, wenn du den 25. Mann hast, die an 26, den dann wieder nicht nominieren darfst und dann darfst du nur 25 mitnehmen, dafür hätte es nichts gebracht. Auf der anderen Seite hat es mich an der Stelle ein bisschen gewundert, dass da der 25. Platz einfach gesagt wurde, dann melden wir eben keinen an, keine Ahnung, ob das sich da leichter tun, dann jemanden nachzunominieren oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendjemand wird sich schon was bei gedacht haben, aber hat mich doch sehr gewundert gehabt. Ja. Ja, also wird's... Aber vielleicht weiß der Chat ja auch darüber Bescheid, was da los ist. Ja, irgendwas werden sich mit Sicherheit dabei gedacht haben, dann da nochmal zu gucken, aber wichtig ist glaube ich auch, dass unsere beiden Noen Stürmer, Dost und Silva, sind beide mit im Kader drin und dürfen spielen, ein Paciencia und ein Jovelvic auch und ich bin echt mal gespannt, was er jetzt gerade eben auch schon gesagt hat, und so kommt er jetzt auch wieder zurück. Auf den Kerl bin ich auch echt mal gespannt, von dem hat man auch viel Gutes gehört und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass da so ein Mittelfeld mit so einem Roden, einem Kamada und einem so... Also ist schon ziemlich cool. Uiuiui. Das wird auf jeden Fall... Wir hatten schon schlechtere Aufstellungen. Wir hatten schon schlechtere Aufstellungen. Korrekt. So, dann lass uns jetzt nochmal ganz kurz über dieses Spiel gegen Düsseldorf sprechen, das war ja da auch noch... Ja, gerne. Am Wochenende, wir durften ran am Sonntag, 18 Uhr, ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass Sonntag, 18 Uhr, nach wie vor eine Scheiß-Uhrzeit für ein Fußballspiel ist. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Ja, Scheiß-Uhrzeit. Und du hast schon gemerkt, dass dieses Straßburg-Spiel bei denen, die da auf dem Platz standen, noch so ein bisschen in den Köpfen und in den Beinen war. Das hat extrem viel Kraft gekostet. Und gerade bei dem, bei dem 0-1 von Düsseldorf, mein Gott, war das eine Einladung. Da war so viel Platz. Keiner hat den Spieler da im Auge gehabt. Hasebe war da nicht so richtig beim Gegenspieler und dann fällt dieses Ding, das war eine absolute Einladung. klassische Stellungsfehler natürlich da hinten in der Abwehr. Also so allein darf er nie stehen. Ich muss aber tatsächlich sagen, die erste halbe Stunde fand ich noch viel schlimmer. Ich muss wirklich sagen, da habe ich noch gedacht, ach, jetzt haben sie sich langsam gefangen, dann kriegen wir dann dieses blöde Gegentor. Weil die erste halbe Stunde war ja wirklich grauenvoll. Da hast du gedacht, meine Güte Leute, was macht ihr denn da? Wir spielen hier nicht gegen die Bayern oder wen auch immer, sondern da kommt Düsseldorf, die auch im Endeffekt natürlich ordentlich eingestellt waren. hier auch noch mal Respekt an Friedhelm Funkel, dass er es doch immer hinbekommt, aus dem Kader gut was rauszuholen. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, da hat es mir wirklich wehgetan, dass du gesehen hast, dass die Mannschaft, denn körperlich, natürlich ist es anstrengend und natürlich ist es Stress, dass du so viele Spiele hintereinander hast. Aber das ist gerade zu dem Zeitpunkt der Saison eigentlich noch keine Ausrede. Das heißt, das war wahrscheinlich wirklich wieder hauptsächlich eine Kopfsache. Die Leute waren ein bisschen müde und du musst eben auch gegen Düsseldorf deine 100 Prozent bringen und kannst nicht mit 80 Prozent da rumschlendern und gerade diese Fehlpässe und das war ja wirklich also teilweise, sobald ein bisschen Tempo in das Spiel gekommen ist und das Tempo war wirklich selten da, wurde es so was von ungenau und das ist eigentlich das, wo ich sage, Leute, was ist denn da los? Konzentriert euch mal ein bisschen. Dieser graue Liga-Alltag ist natürlich ätzend und kein Mensch hat Bock, René, genauso wie wir, die keinen Bock haben, Fußball zu gucken um 18 Uhr am Sonntag, haben die wahrscheinlich auch keine Lust, Fußball zu spielen um die Uhrzeit. Kann ich verstehen, auf der anderen Seite, das sind die Punkte, die wir am Ende brauchen. Das sind die sicheren Punkte. Fortuna Düsseldorf musst du zu Hause besiegen und drei Punkte mitnehmen und dementsprechend war das wirklich das Wichtigste. Jetzt habe ich natürlich schon alles vorausgenommen, was die nächsten 45 Minuten dann noch passiert ist mit den zwei Toren, aber da werden wir nochmal aufs Detail zukommen, denn es waren ja wichtige Spieler und wichtige Tore. Es waren wichtige Spieler und wichtige Tore. Also ich glaube, erste Halbzeit können wir relativ schnell abhaken. Das war Graus. Traunvoll gar nichts. Graus ohne Ende. Ja, und dann hat sich der Trainer entschieden, den neuen Mann Bastost quasi direkt zum Beginn der zweiten Halbzeit einzuwechseln. Was er ja ursprünglich so hatte, er das ja im Nachhinein dann auch in der Pressekonferenz gesagt, erst später geplant hatte und ab da an war das halt schon auch einfach ein ganz anderes Spiel. Du hast gesehen, da war wesentlich mehr Präsenz im Strafraum, eine ganz andere Einstellung und er hat ja dann nach zehn Minuten auch direkt diese Bude da gemacht. Super. Auf jeden Fall auch gerade die Vorarbeit natürlich von unserem Freund, wie heißt er denn, Paciencia, der da diese Flanke gibt. Geil. Ich glaube, war das nicht auch die Situation mit dem schönen Einwurf von Da Costa, der im Endeffekt ins Abseits einwirft. Ja. Die einfach, da merkst du, und das ist doch das Schöne, dass wir einfach handlungsschnell waren. Ich glaube, in der Gegenrichtung, das war nämlich genau das Problem auch bei dem Düsseldorf-Tor, dass doch auch die Situation war, dass wir total handlungslangsam waren. Ich glaube, da war auch ein Einwurf am Anfang ausschlaggebend schon, wo du gemerkt hast, wir haben überhaupt nicht mit umgeschaltet, wir haben gar nicht mitgedacht und folglich siehst du, dass wir auch es natürlich andersrum können und das wünsche ich mir auch, dass diese Konzentration immer da ist. Dieses Da Costa-Einwurf in den sozusagen problematischen Raum des Abseitses, das ist natürlich, bei Einwurf gibt es keinen Abseits, wunderbar, Paciencia nutzt das aus, zieht schön rein und da sehen wir jetzt auch die Qualität eines Dost, denn den Ball, natürlich fällt der Ball auch ihm super auf den Kopf, aber den erstens an der Stelle zu stehen, zweitens mit so einer schönen Wucht ihn reinzumachen, geil. Und das natürlich als Einstand. Juweliet war tatsächlich unglücklich an dem Tag und da haben wir ja auch immer gesagt, das ist jemand, der muss ein bisschen aufgebaut werden, der Kelle ist jung, der ist 19, 20 Jahre alt, der ist im Endeffekt, dürfen wir den nicht verbrennen und dementsprechend finde ich es geil, dass wir jetzt so einen erfahrenen Stürmer haben, der genau seinen Torriecher im ersten Spiel gezeigt hat und das ist ja auch das Tolle, dass das jetzt auch die Gegnermannschaften wissen, oh Mist hier, der ist wieder da, gleich im ersten Spiel getroffen, müssen wir aufpassen, vielleicht auch doppelt decken, so sind wieder Plätze für andere, Platz da für andere Spieler, also geil, finde ich wirklich geil, ein geiler Einstand, eine geile Situation vor heimischem Publikum, genial, also fand ich super und hat mir richtig Spaß gemacht. Ja und ab da an wurden die Chancen auch mehr, Kamada hatte noch so die ein oder andere Chance auf dem Fuß, der mir da halt auch immer ein bisschen besser gefällt, ich finde, er traut sich noch ein bisschen zu wenig, da halt auch einfach mal zu schießen, ich glaube, der könnte da auch noch ein bisschen mehr, Kostic hat viel versucht, aber am Ende hat dann der von uns schon eingangs sehr lang besprochene Patience ja dann das 2 zu 1 gemacht und ich glaube, das war auch für ihn ein ganz wichtiger Moment, da das Ding einfach dann da auch zu machen. Für ihn und für die Mannschaft im Endeffekt, dieses 2 zu 1 da im Endeffekt zu machen, ist natürlich unglaublich wichtig, denn die Situation war, ich glaube, ich glaube, es war schon 86, 87 Minute und ja, das ist doch genau das, du merkst, Patience ja fühlt sich natürlich auch wohl, wenn er so einen Ball, er wurde ja auch, er wurde ja schön in Szene gebracht, schön eingesteckt, dann zieht er ab, zieht schön da noch um den Torwart rum, geil, auch wieder, eine super Sache, hat er Qualität, hat gezeigt, dass er Qualität hat, er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall eine große Rolle in dieser Saison spielen kann, er muss natürlich im Endeffekt von den anderen Spielern auch ein bisschen in Szene gesetzt werden und das, ich habe mir da gemerkt, dass es gut gepasst hat. Und was ich halt auch finde, was mich an ihm immer stört, aber vielleicht bin ich da halt wirklich auch so ein bisschen, ja ein bisschen, ja weiß ich nicht, sehr, sehr drauf, dass ich da sehr drauf gucke, ich finde, er lässt sich in manchen Situationen zu schnell fallen und versucht da irgendwie einen Standard rauszuholen, das ist das von mir aufgefallen, das was mich so ein bisschen genervt hat, wo ich denke, ja aber dann bleibt doch in dem Zweikampf jetzt auf den Beinen, lauf noch ein bisschen weiter, aber dann sich da halt schon irgendwie an der Außenseite fallen zu lassen, vielleicht achte ich da nur ein bisschen zu sehr drauf, aber es hat mich so ein bisschen in den letzten Spielen genervt und auch in diesem Düsseldorf-Spiel wieder und da fand ich auch, dass das eben Zusammenspiel mit Dost dann nachher wieder wieder besser geworden ist, also vielleicht gibt ihm das auch einfach mehr Sicherheit, da bin ich halt echt wirklich mal gespannt, wie das dann wird, wenn die zwei dann regelmäßiger spielen beziehungsweise wenn dann ein Silber da auch noch rumrührt, also Ja, also du hast gemerkt und das ist doch das Schöne, dass mit dem Paciencia jemand da ist, der auch Tore machen kann, der auch ein bisschen und wir haben ja heute schon drüber gesprochen, er hat das 1 vorbereitet, er hat im Endeffekt auch ein gutes Spiel gemacht, muss ich wirklich sagen, Paciencia hat für mich war eigentlich mit einem der besten Spieler gegen Düsseldorf und folglich muss man doch sagen, haben wir uns noch mal einen zusätzlichen wichtigen Spieler mit reingebracht, nicht nur Silber, nicht nur Dost, sondern eigentlich ein Paciencia, der vielleicht auch wieder zu all der Stärke zurückkehrt und dann haben wir doch da vorne wirklich einen Supersturm und du hast es auch schon richtig gesagt, René, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Achterposition richtig besetzen, ein Kamada ist da für mich tatsächlich die Nummer 1 momentan, ein Garzinovic schwierig, schwierig Nummer, ja, also er macht halt, es ist wirklich, es ist der Mann der schlechten Entscheidung, also es ist wirklich, er spielt entweder viel zu spät ab oder er spielt überhaupt nicht ab, wenn er immer genau die gegenseitige Überlegung eigentlich machen müsste oder er spielt viel zu früh ab, hatten wir auch schon. Richtig, also es ist immer genau in der falschen Situation die falsche Entscheidung getroffen, ist natürlich ärgerlich und es bleibt auch ein bisschen hängen, ihm wird es sehr gut tun, wenn jetzt mal zwei, drei Spiele hintereinander wieder gut laufen würden, problematisch wird es nur ihm diese Spielzeit zu geben und das ist momentan das, wo ich sagen muss, jetzt sind sehr viele Rückkehrer da, ein Rode, der ihm die Zeit nimmt, ein Korr, der ihm die Zeit nimmt, Kamada, der ihm die Zeit nimmt, ein Soh, der jetzt wieder da ist, der ihm definitiv die Zeit nehmen wird, schwierig, super schwierig, ihm da jetzt die Zeit zu geben, die er vielleicht braucht, muss man schauen, inwieweit er jetzt noch eine riesige, riesige Rolle spielen wird, denn mir hat er tatsächlich leider auch am Sonntag nicht so gut gefallen, aber gut, schauen wir mal. In der langen Saison wird er genug Zeit. Er ist eingewechselt worden, das ist glaube ich dann auch nochmal irgendwie was anderes, dann bist du ja vielleicht auch so in so einer Situation, wo es dann irgendwie 1-1 steht, willst du dann auch nochmal irgendwie da was rumreißen, gehst du vielleicht dann auch noch ein bisschen zu sehr ins ganze Spiel und so weiter rein, also weiß ich nicht, schwierig, aber ja, ich bin da auch ein bisschen sehr kritisch ihm gegenüber jetzt. Er hat halt jetzt auch sehr, sehr viele Chancen schon gehabt und leider sind wir uns da, mit jedem, mit dem ich mich so drüber unterhalte, sagt eigentlich jeder, Kasinovic, das ist ja ein Thema, da könnten wir jetzt hier stundenlang drüber quatschen, weil er einfach jetzt auch schon so viele Chancen hatte und leider nicht wirklich den Durchbruch geschafft hat. wieder, das ist sehr, sehr schade, weil das wäre, im Moment musst du doch wirklich sagen, diese Position Kamada, 8, ist normalerweise für Kasinovic, wenn er gut drauf wäre und wenn er wirklich seine Leistungen, die er bringen kann, die wir auch schon gesehen haben, bringen würde und das regelmäßig und über die, ja, wie soll ich sagen, über die gesamte Zeit das auch bringen kann, denn ich sehe hier einfach die Problematik, wenn du diese Ballverluste im Aufbauspiel hast und die Mannschaft bewegt sich kollektiv nach vorne und Kasinovic ist da prädestiniert für dann eine sinnlose Aktion zu starten, den Ball abgenommen zu bekommen, gegen starke Mannschaften rappelt es da einfach regelmäßig hin und da habe ich einfach keine Lust drauf. Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Damit aber im dritten Spiel dann auch drei Punkte geholt, damit stehen wir nach drei Spielen mit sechs Punkten relativ komfortabel in der oberen Tabellenhälfte und ich glaube, das ist jetzt erstmal ganz gut. Wir haben jetzt diese Länderspielpause, lohnt sich nochmal ein bisschen, um jetzt die Mannschaft mit den neuen Spielern da nochmal so ein bisschen taktisch und strategisch aufeinander abzustimmen und da bin ich echt gespannt, was dann da passiert. Für uns geht es dann weiter am 14. gegen Augsburg. Das werden wir aber nächste Woche besprechen und nicht heute, weil da ist einfach noch zu viel Ziemlich dahin. so und dann kommen wir jetzt zu unseren beiden neuen Kategorien und wir fangen natürlich an mit was macht eigentlich? Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ja, und da ist er wieder, dieser absolut grandiose Jingle. Und ich habe kurzfristig einen Spieler rausgesucht, weil Herr Dennis leider es nicht geschafft hat, das arbeitstechnisch noch unterzubekommen. Ich bin mal gespannt, ob du ihn errätst. Es ist jetzt Oh, okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen obviers, vielleicht auch nicht. Ich bin letztens danach gefragt worden, so nach dem Motto, was macht eigentlich? Und das habe ich an dieser Stelle aufgegriffen. Ich gebe dir ein paar Tipps und du kannst mal gucken, ob du es erraten kannst. Ja. Der Spieler wird besungen. Es gibt ein Lied zu dem Spieler oder ein Teillied zu diesem Spieler. Er kam 1993 zu uns. Oh, okay. Er wurde für ein halbes Jahr, war das? Ja, für ein halbes Jahr an Manchester City ausgeliehen. Manchester City ausgeliehen? Manchester City. Na, sag an. Nein, ich bin tatsächlich vielleicht Guck mal, ob der Chat schnell ist, ob die es vielleicht rauskriegen. Vielleicht bin ich auch schon zu müde. Vielleicht bist du zu müde, vielleicht bist du noch nicht alt genug. Wir wissen es alle nicht. Vielleicht kriegen wir es gleich raus. Mal gucken. Ich warte mal noch so einen Moment. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich bin aber 93. 93 kam er zu uns. Ja. Vom VfB Stuttgart, wenn dir das noch weiterhilft. Der Chat ist anscheinend auch schon müde. Die tippen nämlich alle ganz langsam langsam oder sie sind alle damit beschäftigt, jetzt krampfhaft auf Transfermarkt zu gucken, wer es denn sein könnte. Ich löse es auf. Es ist natürlich Maurizio Gaudino. Ah, Maurizio Gaudino. Genau, Autoschieber kommt gerade im Chat. Korrekt. Unser aller Freund, Maurizio Gaudino, korrekt. Gott, Gott, Gott. hat seine Karriere bei Waldhof Mannheim in der Jugend begonnen, ist dann zu Stuttgart gegangen und kam dann zum Beginn der Saison 93, 94 von Stuttgart zur Eintracht und ist im Winter der Saison 94, 95 für ein halbes Jahr an Manchester City ausgeliehen worden. Okay. Und ist dann nochmal verliehen worden in der nächsten Saison auch wieder im Winter an CF America, also ein mexikanischer Verein. Genau, und hat irgendwann dann zum Beginn der Saison 97, 98 die Eintracht verlassen in Richtung Basel. War aber ja recht erfolgreich auch Torschützenmäßig. War Torschützentechnisch auch recht erfolgreich, genau. Hat für die Eintracht in 75 Spielen 16 Tore gemacht, ist für den Mittelfeldspieler glaube ich jetzt durchaus okay. Durchaus okay. Genau. Auch vorher bei Stuttgart in Stuttgart bei 170 Spielen 24 Tore ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Er ist halt Mittelfeldspieler. Da geht es ja eher darum, die Tore vorzubereiten und von daher ist das glaube ich auch durchaus okay. Ist so einer der Spieler, mit dem ich habe ja 95, 96 angefangen mich mit der Eintracht zu beschäftigen, mit dem ich quasi in dieses Fußballthema reingekommen bin. Ich weiß noch, wie wir dann immer zwischen den Häusern auf der Wiese, wo diese, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch kennt, liebe Kinder da draußen, wir hatten damals, gab es keinen Trockner, da wurde Wäsche, wurde auf Stangen und auf Schnüren aufgehängt und dann gab es zwischen den Häusern diese Stangen, wo du diese Wäschelein spannen konntest und wenn da keine Wäsche hingen, waren das quasi immer unsere Tore und da haben wir dann gekickt, da war dann immer die Frage, wer ist Gaudino, wer ist Okocha, wer ist Jeboa, das war halt immer natürlich samstags und im Radio dann die Bundesliga-Schlusskonferenz laufen lassen, das war halt Das gehört dazu. Ja, sehr cool, okay. Wie alt ist Gaudino denn heute? So um die 50, ja? 52 ist er, genau, 52 und ist oder war zuletzt tätig als sportlicher Leiter bei Wacker Nordhausen. Okay. Genau, hat vorher als sportlicher Leiter auch den SSV Reutlingen für ein Jahr betreut und war auch mal Trainer beim Oberligisten SG Sonnenhof Groß Asbach. Da hatten wir glaube ich doch letztens auch noch irgendwann mal drüber gesprochen, wenn ich mich... Ja, ja, klar, logisch. Also auch Pokalmäßig sind die auch immer mal in Erscheinung getreten. Okay, interessant. Und ist heutzutage hauptsächlich glaube ich unterwegs als Sportmarketing-Agentur-Inhaber, also er hat eine Sportmarketing-Agentur. Wer nicht. Genau, wer nicht und ist da glaube ich so ein bisschen raus und ist natürlich am meisten in Erscheinung getreten, nicht nur oder bekannt geworden, nicht nur durch dieses Thema mit dem Fußball, sondern auch, weil er ja verurteilt wurde wegen Versicherungsbetrug. Ja, wegen gestohlen, gemeldeter Autos und ist damals zu einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt worden. Ich weiß noch, da gab es auch noch einiges an so kurz Dokus, die ich mir dann später mal irgendwann angeschaut habe. Ja, sehr schön. Nein, ich muss wirklich sagen, auf Gaudino wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Tatsächlich, ich dachte auch, dass er tatsächlich schon früher bei uns war, nicht erst in der Saison 93-94, aber siehste mal, da vertut man sich doch schnell. Ja, doch, doch. Ja, ist spannend. Ist auf jeden Fall spannend, meine Kindheitserinnerungen und ja, mal gucken, vielleicht mit ein bisschen Abstand reden wir dann auch nochmal über die anderen beiden, da können wir glaube ich dann auch hier Marvin und die noch mit dazunehmen, weil das ja auch, da können wir nochmal so ein bisschen Historie machen, weil es ja für den Verein sehr schwierige Zeiten waren und da ja noch ein nach wie vor gern gehasster Mensch mit verbunden war, nennen wir es doch einfach mal so. So lassen wir es mal stehen. Genau, aber unser Spieler der Woche in der Rubrik was macht eigentlich Maurizio Gardino. Sehr gut. Genau. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. So, dann müssen wir auch nochmal gucken, wir müssen natürlich auch jetzt hier mal schauen, wie das spieltagsmäßig vor 20 Jahren denn eigentlich jetzt hier so weiterging. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Beitrag Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben, Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus. So, vor 20 Jahren war natürlich auch der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wie sollte es anders da sein? Wir haben gespielt gegen den SC Freiburg, den wir auch heute ja noch das Vergnügen haben gegen diese Mannschaft oder gegen Halt, Halt, Halt haben wir nicht gegen Duisburg gespielt am dritten? Haben wir gegen Duisburg gespielt am dritten? Zweiten haben wir gegen Freiburg, glaube ich, gespielt. Haben wir am zweiten? Nö. Let me check this for you. Ja, warum hat denn hier natürlich gegen, ja, großartig. Fußballdaten will nicht aktualisieren, wenn ich auf den dritten Spieltag klicke. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Vielen herzlichen Dank. Ich schaue gerade mal auch mit parallel, aber ich meine Freiburg war ja letzte Woche. Freiburg war letzte Woche, ja. Dann Entschuldigung, Kommando zurück. Wir haben natürlich gespielt zu Hause als Tabellenführer an diesem Spieltag, noch so ein bisschen, gegen den MSV Duisburg. Zu Hause vor 20.000, nee, vor 40.000 Menschen, es ist in der Tat schon spät, weil damals noch altes Stadion, nicht so viel Platz, war aber auch schönes Stadion, muss man auch dazu sagen. Ja, ja, ja. Und sind auch in der 24. Minute mit einem 1-0 durch Salou in Führung gegangen und haben auch nur 13 Minuten später den Ausgleich durch den Hofruf kassiert. Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit in der 48. Minute mit Goumier das 2-1 geschossen und in der 73. Minute gab es dann das 2-2 von Wolters, was dann auch der Endstand war. Schon verrückt, dass wir hier im Endeffekt dann mit Führtoff, Gimier und Salou noch dahinter. Also es ist ja schon, die Mannschaftsausstellung war ja eigentlich echt ordentlich. Wenn du da hier schaust, ich habe gerade nochmal geschaut, Nikolov, dann Bindewald, Kracht, Dombi, Gephardt, Dombi in der Abwehr, da kommen auch ganz, ganz wüste Erinnerungen da hoch. Uiuiuiuiui. Dann hält Jansen, Weber, Fjörtoff, Gimier und Salou. Und du hast im Endeffekt einen Spieltag gegen, wie hat er denn? Duisburg. Duisburg hat doch ganz schlecht in die Saison gestartet, oder? Die waren zu dem Zeitpunkt auf Tabellenplatz 16. Es ist natürlich dann schon auch ein Missding, dass du dann da zweimal in Führung gehst und am Ende dann doch rausgehst. Ja, so ist das halt in der Eintracht-Historie. Auch das kennen wir leider zur Genüge. Wobei wir es auch schon andersrum erlebt haben, dass wir immer wieder uns da zurückgekämpft haben. Ja, nee, wie gesagt, also es ist auf jeden Fall, Ja, die Mannschaft, die wird uns noch sehr, 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 sehr viele, viele lustige Sachen in dieser Kategorie hier bringen in der nächsten Zeit. Ich will dir ja nicht zu viel verraten, aber das Spiel gegen Duisburg, ja, erinnern tun wir uns natürlich beide wahrscheinlich nicht mehr akut. Trotzdem muss man wirklich sagen, es ist schon ärgerlich, damals wie heute, wenn du ein Spiel, das du auf dem Papier eigentlich gewinnen müsstest, dann nur mit Unentschieden natürlich beendest. Gerade zu Hause. Übrigens damals noch eine Anstoßzeit 17.30 Uhr am Sonntag. Na gut, er ist jetzt von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr ist jetzt halt auch nicht mehr so mega weit. Aber ja, an die 17.30 Uhr Zeit für den Anschluss, an die kann ich mich noch ganz gut erinnern. War auch damals als Kind schon echt schwierig, weil, ähm, bis das Spiel dann rum war, war, ja, bist du als Kind dann doch eher so Richtung, Richtung Bett abgeschoben worden, immer so, hey, morgen ist ja Schule, nee, 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 nee. Ich habe mal geschaut gehabt, wer hat denn an diesem Spieltag gegen, ähm, mit Dortmund in Ulm den Siegtreffer zum 1-0 erzielt? Es ist jemand, der uns heute, heute, äh, noch, äh, beschäftigt. Mit Dortmund in Ulm. Ja. Der uns heute noch beschäftigt. Ja. Freddy Bobic. Ach. Ach. Ja, Wahnsinn. Ja. Hat an dem gleichen Spieltag mit Dortmund in Ulm gespielt, hat 1-0 gewonnen. Okay. Krass. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht zu sehr, äh, auf die anderen, äh, Dinge schauen, ähm, müssen wir mal gucken, nach diesem wunderbaren, in Anführungszeichen, 2-2 gegen Duisburg. Standen wir auf welchem Tabellenplatz, René? Das kann ich dir gleich sagen. Ich hatte, ähm, weggescrollt. Aufstellung Highlights Tabelle. Nach dem dritten Spieltag stehen wir dann auf Tabellenplatz 5. Oh. Duisburg nach wie vor auf 16 und, äh, wir gratulieren dem neuen Tabellenführer, den hatten wir heute auch schon. Dem Hamburger SV. Respekt. Damals noch in der ersten Liga. Lang ist es her. Lang ist es her. Gleich mit, äh, Bayer 04 Leverkusen, die ein schlechteres Torverhältnis hatten. Ah ja. Hamburg damals zu dem Zeitpunkt ebenfalls wie die Eintracht auch 8 Tore geschossen. Und damit, lass mich gerade mal gucken, glaube ich auch, ja, Liga Bestwert mit den geschossenen Toren, Eintracht und HSV, beide mit achten. Hansa Rostock noch in der Liga. Eieieiei. Hansa Rostock noch in der Liga. Und der Haching. Ja, es war schon hier noch alte Krache dabei. Ja, aber ich habe da, ich habe da schöne Erinnerungen dran, Andi. Selbst Lautern war da noch Erstligist, also Leute. Da hatte Lautern noch Geld, also zumindest sagten sie damals, sie haben Geld, weiß man ja alles im Nachhinein nicht so genau. Oh Gott, oh Gott, schön. Nein, wunderbar. Sehr schön. Genau, und dann lass uns vielleicht mal noch einen kurzen Ausblick wagen, gegen wen spielen wir denn dann am nächsten Spieltag. Das können wir ja zumindest schon mal schon mal anteasern. uiuiuiui. Das sagen wir. Auswärts. Auswärts, wir spielen auswärts wieder an einem Sonntag. Sonntag. Und es ist ein Verein in München und ich lasse jetzt mal offen, welcher von den beiden, weil zu dem Zeitpunkt waren da tatsächlich noch zwei in der ersten Liga. Auch das ist schwer vorstellbar, aber ja, wir haben am vierten Spieltag gegen einen Münchner Verein gespielt und welcher genau und wie das Spiel ausgeht, das machen wir in der nächsten Woche. Genau. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen irritiert, weil im Chat der Dave Mitchell geschrieben hat, dass das alte Waldstadion sogar mehr Plätze gehabt hat, als das jetzt die Commerzbank Arena und in meinem Kopf war das immer weniger. 51.500 haben wir das tatsächlich. Ja, ja, hatten wir das nicht auch gerade am überlegen. Und in meiner Erinnerung waren es weniger, aber manchmal ist ja so Wahrnehmung und Realität läuft ja dann doch noch so ein bisschen durcheinander oder gegenläufig und ich bin jetzt nur so ein bisschen irritiert, weil in diesem wunderbaren Wikipedia-Eintrag bei den ganzen Stadien halt keine Mengenangaben oder keine Sitzplatzkapazitäten drinstehen. Und ja, Dave, wir sind halt ein bisschen jünger als wie du, das ist halt einfach so. Musst du jetzt irgendwie mit zurechtkommen. Kapazität Waldstadion Kapazität Waldstadion Alt gibt es natürlich einen Beitrag im Eintracht-Forum auf eine Seite, die es heute nicht mehr gibt. Hervorragend. Was auch sonst, ja. Aber es scheinen ja, 61.200, okay. Ja, okay, dann fühlte sich das in meiner Erinnerung nur wesentlich kleiner an. Ich weiß, das wurde auch im Chat gerade gesagt, dass wir da zwei komplette Stehkurven hatten. Ja, in der Erinnerung habe ich das auch noch und das weiß ich und da stand ich auch. Aber die wirken für mich damals nicht so groß. Von daher hatte ich das jetzt gedanklich irgendwie als kleiner eingeschätzt, aber ja, dann war im alten Stadion definitiv mehr Platz, dann bitte ich das zu entschuldigen, dann hat mein Kopf da Dinge gemacht, die er nicht hätte tun sollen. Gut, das war, du warst so weit weg durch die Laufbahn, noch durch die gute alte Taternbahn, da ging natürlich nichts. Ja, und ich weiß noch, wir hatten in dem Stehblock tatsächlich nie Platz, bis auf eine einzige Situation, da hatten wir wahnsinnig viel Platz in diesem Stehblock. Wenn es geregnet hat. Nee. Wir sind zum, über den Hauptbahnhof ins Stadion gefahren und haben auf dem Weg schon die ein oder andere Flasche Eppler vernichtet und der Kumpel wollte unbedingt in diesen McDonalds und er musste unbedingt diesen Fischmeck essen und ich habe ihm gesagt, es ist eine sehr bescheidene Idee, lass das. Das bekommt ihr nicht. Und ich bekam ihm nicht. Stehenderweise in diesem Stehblock und seit dem Zeitpunkt hatten wir an dieser Stelle verdammt viel Platz. Das ist so eine feine Sache. Es war glücklicherweise Oktober, es war kalt, es war so leichter Nieselregen, das hat, das war geruchstechnisch war das optimal. Das hat es langsam wieder weggeschwimmt, ja. Ja, aber wir hatten an dem Moment wahnsinnig viel Platz. Na da kommt natürlich dann auch die Einschätzung zur Kapazität her. Ja, das ist dann auch richtig. Nee, sehr gut, ja. Nee, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass wir jetzt heute tatsächlich die Kapazität zumindest ähnlich wieder haben, dass das dann doch 10.000 Plätze sind. Wahnsinn. Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch nochmal der Faktor, Stehplätze hast du natürlich auch, die verbrauchen per se schon mal weniger Platz. Ja, ja, logisch. Heute durch die ganze Sitzplatzausstattung und so weiter ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte. Geschichte. Heute hast du auch diese großen, zu großzügigen Notausgang. So gab es ja früher alles gar nicht. Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist, wenn du ein bisschen Ja, 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 ja. Nein, nein, ich meine nur, das begründet natürlich auch, dass da gefühlt natürlich nicht sonderlich viel dazugekommen ist, aber im Endeffekt dann nicht sonderlich viel weggenommen wurde. Aber natürlich ist schon krass, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Zehntausend hätte ich nicht gedacht. Gut, okay, genau. So, dann biegen wir jetzt mal ab auf die Nachhausestraße. Wir haben diese Woche keine gute Tat und keine Empfehlung, auch das muss mal sein. Ich habe eine mini kleine gute Tat oder einen mini kleinen Wunsch, den ich an euch äußern würde, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir stehen kurz davor, mal so im Schnitt über die letzten Folgen, so die nächste Stufe, was die Downloadzahlen angeht, zu erreichen. Ich würde mir es echt wünschen, wenn ihr einfach nochmal so ein bisschen Werbung für uns macht, vielleicht dem einen oder anderen nochmal erzählt, dass es uns gibt oder eben einfach mal euer Smartphone mit so dem laufenden Eintracht-Podcast in die Hand drückt und sagt, hier, hört ihr das mal 20 Minuten an. Das fände ich extrem geil, wenn wir es da dieses Jahr oder diese Saison schaffen, da den nächsten Schritt nochmal zu gehen. Von daher, vielen, vielen Dank jetzt schon mal und das schreibt der Benedikt gerade noch in den Chat. Nochmal der Hinweis, am Wochenende ist dieses Benefizspiel Flutlicht für Leute, wo er die Eintracht gegen Chemie spielt. Ich weiß nicht, gibt es da auch irgendwie, wird es im Fernsehen auch übertragen? Weiß ich gar nicht. Uh, das weiß ich leider auch nicht. Genau, aber ansonsten ist das jetzt am Wochenende auch eine geile Aktion. Und von daher können wir das, glaube ich, an dieser Stelle oder sollten wir das doch an dieser Stelle einfach auch nochmal als gute Tat reinpacken. Ich spiele den Jingle jetzt nicht ab, weil wir da jetzt schon irgendwie so reingequatscht sind, aber ansonsten ist das jetzt am Wochenende und am Freitag sogar genauer gesagt. Ich hänge euch nochmal die Infos dazu in die Choritz. Ich hätte mir so gewünscht, dass du den Jingle nochmal spielst. Das ist nämlich so gut. Du willst den Jingle nochmal haben? Dann machen wir jetzt, äh, machen wir jetzt hier. Zeitreise. Was war vor fünf Minuten? Prostmäßig für die Kategorie Was war vor fünf Minuten? Und machen den Jingle nochmal. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles. Zuhause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So. Die Woche gerettet. Dann ist die Woche gerettet. Also nochmal hier kompletterweise der Hinweis Flutlicht für Leutsch. Das Freundschaftsspiel findet am Wochenende zwischen der Eintracht, oder genauer gesagt am Freitagabend zwischen der Eintracht und Chemie Leipzig in der Arena am Bornheimer Hang. Statt Karten könnte es vielleicht noch geben, weiß ich jetzt gerade auswendig gar nicht. Im Fernsehen wird es wohl übertragen. So hat der Chat mir gerade eben geschrieben. Einmal von Rhein-Main-TV und natürlich von Eintracht-TV. Die werden das mit Sicherheit auch wieder auf den Social-Media-Kanälen raushauen. Also von daher könnt ihr euch das da angucken. ist eine gute Aktion unsere gute Tat der Woche. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ich sehe auch gerade Sitzplätze 15 Euro, mäßig 12. Ja, ja. Muss ich nichts sagen. Sehr humane Preise. Alles klar. Und Leute, das RMV-Compi-Ticket ist inbegriffen. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt euch einfach einen coolen Tag machen und zusätzlich ein bisschen Fußball gucken. Genau, und das ist auch heute, haben sie das, ich weiß gar nicht, ob sie das heute getwittert haben oder gestern, ich war die letzten Tage so ein bisschen wenig auf Twitter unterwegs, aber es gibt auch ein cooles Trikot, was die jetzt haben für dieses Benefizspiel, nämlich, dass die Leute mit einem Sondertrikot auflaufen, wo es quasi ein gemeinsames Emblem zwischen Leipzig und der Eintracht gibt. Was ich eine coole Aktion fand, ich hatte es vorhin im Vorbeigehen auf Twitter gesehen, wusste aber jetzt nicht mehr, ob das jetzt heute oder gestern getwittert worden ist. Auch da gucke ich mal dass ich euch den Link zu dem Tweet noch reinhänge, finde ich nämlich auch ein sehr cool gestaltetes Trikot. Sehr gut. Genau. So, jetzt aber dann wirklich auf dem Weg nach draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Dennis, für diese Runde hier. Vielen Dank, auch ohne, dass sie jetzt beide noch da sind, einmal für Miguel für die Einschätzung zu André Silva und dann nochmal danke an Marvin für die Einsortierung dieser Thematik mit diesen rassistischen Rufen. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder dann mit dem Ausblick auf Augsburg und ansonsten, wenn ihr am Freitag nicht bei dem eben benannten Freundschaftsspiel seid, dann euch ein, ich weiß nicht, wünscht man ein schönes Wochenende mit der Nationalmannschaft, ja eigentlich eher, oder? Ein spielfreies Wochenende. Ein spielfreies Wochenende. Vielleicht habt ihr Glück, und das Wetter ist gut, geht vor die Tür, spielt selbst Fußball, auch mal eine gute Variante. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, hey, es kann auch ein Bonn. Hey, 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 es kann auch ein Bonn. Hey, hey, es kann auch ein Bonn.